Es geht wieder auf dem Skill-Race! Dello! Oh, Ruxo, was hast du denn da für ne geile Karre, Alter? Das Ding sieht ja nice aus. Das ist ein richtig stabiles Porsche-Teil. Aha, wir fahren heute also Porsche, ja? Dann will ich mal gucken, was du dein Porsche passieren hast. Danke, dass du die Korre für mich bist! Oh Gott! Okay, okay, okay. Oh, du bist jetzt schon wieder hier, Mann. Ich bin direkt vor dir, ja? Vorsichtig. Auch immer diese Teile, ne? Also, kommst du doch klar? Nein! Oh, Tilsi, das war's für dich. Oh, Leute, mit dem Porsche hoch, jetzt rüberziehen! Oh, ich glaub, es hat ihr erschafft einfach. So, soll ich nochmal zurückfahren? Oh, ich kann gar nicht zurückfahren, okay? Ist das für dich so? Hey, hoch! So, ich komm jetzt ganz jetzt schon mal hoch. Ich wollte gerade mit dem Granatwerfer nachhelfen, aber da verzichte ich dann mal drauf, ne? Andere Richtung, warum er längst wieder nach links? Hey! Hihi! Ah, okay, so'n Ding wird das jetzt also, ja? Oh mein Gott, nein! Warte, ich helfe dir kurz. Wie hab ich dich da gerettet? Perfekt. Boah, mit den Platten wird's halt ein bisschen nervig, ne? Mit den Platten ist echt nervig, muss ich sagen. Okay, wir gucken mal, dass wir hier um die Kurve ziehen. Oh! Ja, ich wusste es! Upsi! Er hat schon nach hinten gelockt. Oh oh! Der Checkpoint ist gleich da. Oh! Pass auf, da ist wohl vielleicht irgendwo was gelandet. Oh! Aha! Die Adleraugen waren da! Und ich guck... Ja? Deine Adleraugen müssen weiterhin da bleiben, ne? Keine Vorwarnung. Hihi! Hihi! Du... Oh mein Gott! Ja! Verdammt! Ich dachte, du hast dich getrollt! Oh nee! Hast du deinen Atomisierer gerade ausgewählt? Ne. Zufällig? Boom! Boom! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, ja, ja! Boss, ein Timing! Das ist jetzt echt belastend. Meine Karre steht jetzt hier so. Kannst du mir da mal helfen? Oh! Ah! Ach nö! Ich versuch, ich versuch das irgendwie anders zu regeln, mit dem Granatwerfer vielleicht. Ja! 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 Hihi! Stabil gelöst! Da muss man sagen! Du bist runtergefallen, oder was? Nee! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hä? Wo sind wir denn jetzt hier? Okay, ich bin gespannt! Hä? Was denn jetzt? Hä? Muss man nach links? Hä? Wo ist denn... Hä? Was ist das denn hier? Hier durch! Ja! Was? Oh nein! Mein Auto hängt fest! Oh nein! Mein Auto! Oh! Schade! Oh! Verdammt! Er ist stehen geblieben, ne? Hast du jetzt die Mine selber in den Weg gelegt? Nee! Ich wollte einen... Ich hätte eine werfen können! Das wäre interessant! Verdammt! Ich lasse ein bisschen nach und tschüssi! Ah! Was? Er lebt noch! Ja, ja! Er macht den schnellen Checkpoint und wir fahren! Okay! Oh mein Gott! Das war so krass! Ich bin aber... Ich bin aber selber aus drauf! Äh... Aber fürs Feeling also... Das war schon... Nein! Ich hab den Checkpoint nicht bekommen! Ja! Sehr gut! Oh, der war wichtig, ne? Der war echt wichtig! So, komm! So, Flugbahn berechnen! P mal 7263! Und... Jawoll! Flugbahn berechnet! Naja! Das war halt schon ein guter Spot, muss man sagen! Naja! Das war halt schon ein guter Spot, muss man sagen! Das war nicht schlecht, muss ich sagen! Ich hab die gesehen! Ich hab die gesehen! Aber ich wusste nicht, dass... Er hat nicht gedacht, dass die hochgeht! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Okay! Bist du das wieder runtergefallen? Jetzt hat er mich auch angestubst, dass ich hier nicht hochkommen kann! Ey! Ich glaub's ja nicht! Ich werf mal ein paar Rohrbomben! Was hältst du davon? Jo, mach ruhig, ne? Verschwende ruhig deine Minen! Das wird dir am Ende zum Verhängnis! Oh oh! Oh oh! Okay! Na, ist durch die Rohrbombenfalle gekommen! Nicht schlecht! Hui! Das hast du nicht gemacht! Oh! Das hast du... Ich helf dir kurz, mein Bester! Ich helf dir! Und Tschüssi! Da ist er weg! Nein! Wer mir dankt! So! Oh Gott! Äh, Broxo! Ich hab's nicht so gemeint! Bam! Alter! So! Perfekt! Ich bin perfekt abgebremst worden! Dankeschön! Flickflack! Na gut, fast! Ey! Ah, ja! Okay! Ja, Fahrmann! Oha! Oh! Das war wohl ne Explosion! Ah, der Weg wird eklig! Ah! Ah! Oha! Ich helf dir! Warte! Ich helf dir echt! Was! Ein Safe! Oh mein Gott! Ja, hab's gesehen! Das war nicht schlecht! Oh mein Gott! Ich könnte jetzt so assi sein, ne? Ich könnte jetzt hier irgendwo ne Mine verstecken! Nein! Und der Safe ist nicht da! Verdammt! Oh mein Gott! Alter! Wenn du die reinfährst dann in die Mine! Das tut mir dann schon ganz schön doll weh! Muss ich sagen! Also, wie viele Minen hast du platziert? Sei fair! Eine! Wenigstens wie viele! Eine Mine! Aber ich glaube es war ne Haftbombe! Ich bin mir nicht ganz... Ich glaube es war leider ne Haftbombe! Kannst vielleicht mal Glück haben! Adler Augen aktiviert! Es war ne Haftbombe! Verdammt! Egal! Sag mal! Also, das geht ja gar nicht! Hiiii! Du musst doch nur geradeaus lenken da nur! Ich weiß nicht wo das Problem ist! Ja! Das Problem ist immer wenn hinten dran ist, ne? Okay! Oh ja! Diese Strecken hier! Die machen so richtig Spaß! Ja! Nein! Als ob! Du wolltest sogar doch aussteigen! Ja! Ich wollt auf cool machen! Verdammter! Ah! Nein! Hey! Da war ne Mine! Die kamen nicht von mir, ne? Die kamen natürlich von dir! Nein! Die kamen gar nicht von mir! Ich glaub's ja nicht! Einfach vorbeigeworfen! Nein! Also! Befördert ins Jenseits! Und wir ziehen wieder durch! Ich wollte dich gerade dingsen, Alter! Hier muss man richtig Gas geben, Alter! Ja! Kennst du das irgendwo her? Das Ding ist! Ich gebe jetzt auch Gas einfach! Hä? Okay! Das war das nicht! Okay! Das Ding ist, ich hing ganz komisch in der Rampe! Oh nein! Ich bin runter gefallen! Jetzt ist er vor! Ja! Ja! Oh mein Gott! Vorsichtig! Oh Gott! Ich bin schon wieder runter! Easy! Das ist vorbei! Easy! Oh, Denno! Oh! Das wirst du bereut haben! Das wirst du bereut haben! Ich hab doch gar nichts gemacht! Ich... Äh... Da war ein Hubbel einfach aus dem Licht! Warum... Warum spawnst du jetzt neu? Fährst du jetzt wieder den Weg zurück? Nein! Ah! Wolltest du Wallride machen? Ich wollte dich von unten so wegkicken! Okay! Das war natürlich wirklich wild gewesen! Netter Versuch! Nee! Oha! Okay... Alter! Nein! Oh! Oh! Ganz schlecht! Ganz schlecht! Aber wir sind schon mal da… Danke für den... Schau mal gut! Gut gelöst! Gut gelöe... Oh! Na bist du auch runter gefallen! Ja, leider schon! Ich glaube immer... Ist auch wichtig, wie man drauf fährt! �� ich gerade! Es ist so der typischste, oh Gott, er fängt so an, er fängt so an, er fängt so an, komm doch hoch, mach doch nicht den jetzt, oh Mann, oh, die hat auch noch getroffen, die klebt da auch noch, jawoll, ja perfekt, ich wollte die einen in der Luft treffen, ich hab's doch nicht geschafft, und wir regeln das anders, okay, schnell durchziehen, ja, ja, wir regeln das anders, oh nein, ich hatte auch nicht genügend Pace, aber ich hab's fast noch rauf geschafft, so jetzt aber hier, easy, oh yeah, der Kringel des Todes, Alter, was ist das denn hier, oh oh Gott, das war so knapp, ja, ja, bei mir auch, ich fühl dich, okay, aber das Ding ist easy, also, Brock, so, dein bist du, kennst du schon die Laserfalle, mein Bester, die Laserfalle, was für eine Laserfalle, oh, 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 oh Wow, das war knapp, netter Versuch, aber verdammt, der hat mich aus der Reserve gelockt. Verdammt, schnell durch hier, schnell weg. Hast du einen Unfall gebaut? Ja, ja, ein bisschen vielleicht. Oh, ich auch, verdammt. Diese Stangen sind doch kacke. Ey, ich finde auch diese Rampen hier, finde ich so heftig nervig, Digga. So, nein, 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 nicht abschießen, komm. Oh Gott, ich habe es nicht geschafft. Ja, ja, okay, ich bin gut drauf gelandet. Alles easy peasy. Alles im Lot, sagst du? Den nächsten, den schaffe ich auch entspannt. Oh, vielleicht doch nicht so entspannt. Oh mein Gott, wie bin ich da drauf gelandet? Als ob du das geschafft hast. Das hättest du sehen müssen, Alter. Uh, manchmal, ne, dein GTA, deine Erfahrung, Digga, das schlummert schon viel Potenzial. Ja, deswegen ja. Und dann schnell Checkpoint holen hier und dann dich in den Wahnsinn treiben. Oh nö, nicht in den Wahnsinn treiben jetzt. Nicht in den Wahnsinn treiben, nicht in den Wahnsinn treiben. Nein, du bist so weit geflogen. Das hab ich überlebt. Perfekt angekommen. Vorsichtig fahren wegen Platten. Man kennt ihn. Und Fahrmann, mein Bester. Mach ich doch. Wie fährt sich das denn? Also mit vielen Platten hinten dran? Ja, das hab ich mir schon fast gedacht. Mano-Meta, du. Mano-Meta. Okay. So, ich komm. Ich vermute mal, es wird jetzt ekeler für mich. Diebstulle. Ich hab'n Klappen. Oh Gott. Lass mich zum Checkpoint fahren und lass mich in Ruhe. Oh. Ja. Nein. Okay, okay, okay. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier. Ja. Gerade noch so geschafft. Ich fahr' nur mit 360 hoch hier. Aber ich hab lieber schnell ein neues Auto. So. Wo du komm. Lieber noch ein neues Auto. Was wolltest du da denn jetzt grad machen? Gar nix. Ich werd mal direkt die Ramp nehmen und... Ja, wirst du das? Ja, geplant war's, aber ich denke... Nein. Nein, 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 der hat mich bekommen. Der tat gut, muss ich sagen. Der war richtig, richtig gut. So, hier. Zack. Und hier geht's direkt weiter mit der... Oh, doch nicht. Du bist direkt hinter mir, oder? Äh, leider nicht. Oh, vorsichtig. Vorsichtig. Ah. Aber ich hab'n Checkpoint bekommen. Und weiter geht's. Muss ich noch grün? Wie gut ist das für mich? Kann ich die jetzt, wenn ich die da platziere? Ich weiß nicht, ob sie in die Luft geht. Aber es wäre hardcore Asi, weil du kannst nichts machen. Uuuuh. Ja, sie war einfach hinter der Rampe. Wer kennt's nicht? Los. Was war's denn da? Fahr mal los. Fahr doch. Ich fahr doch gerade. Du denkst doch nicht, dass ich hier vorfahre, oder? Ja, ich hör doch schon. Das Fenster kaputt machen. Ey, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Oh, schade. Auf einmal liegt da eine Mine. Oh nein, ich bin auch wieder weg. Och. Oh, das wird so richtig ekelhaft jetzt, ne? Ja, ich glaub auch. Komm mal. Alter. Okay. Alter. Du hast den Druckstand gehalten, das muss ich schon sagen. Ich hab mich so weggestellt. Kommst du, du musst fahren. Alter. Mann. Na, wie fühlt sich das an? So, pass auf. Oh, das wird ekelhaft. Okay, was machst du da? Du hast mal eine Karosserie getroffen. Kannst du das mal lassen, Alter? Oh Gott. Oh Mann, warum? Oh, jetzt ziehst du durch, ne? Wie weit bist du weg? Oh mein Gott, der hat mich einfach ausgeknipst. Einfach ausgeknipst. Knibbidi-Knips. Ey. Das ist ärgerlich, ne? Dann nimmt er mich einfach raus. Der Kleid... Was? Oh nee, ich stecke hier mit meiner Karre ein bisschen fest. Also ich muss das mal machen. Kommt dein Auto nicht mehr weiter, oder was? Das würde mich ja belasten. In der Tat. Das ist wirklich, wirklich ärgerlich. Das war gerade so knapp. Okay. Und der Checkpoint ist da. Oh, gibt nichts Besseres, als es den Checkpoint abzubekommen. Diesen Checkpoint, ja, der ist nice. Ich meine, ich war ja nahe dran so. Aber ich wollte aus dem Auto gesnipet von irgendjemandem. Ich weiß nicht, wer das war, ne? Ich weiß auch nicht, wer das war. Aber ich würde da ganz vorsichtig fahren. Ist da jetzt irgendwie... Ich weiß nicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Denu, gib lieber Gase, fahren wir das Ziel. Wuuuuh. Wuuuuh. Nur noch hier runter, die Rampe. Das Ziel, sagst du, ja? Wuuuuh. Das Ziel, sagst du? Wuuuuh. Und? Und im Ziel, Denu. Nicht schlecht, nicht schlecht. Easy peasy. Hey, Denu. Was geht ab, Alter? Ich zeig dir heute jetzt mal, was richtig heftig ist. Und zwar Pinball in GTA 5. Was, Digga? Pinball? Ist das ein UFO da hinten? Ja, naja. Das ist ernst. Oh, doch. Ich seh das auch gerade, das UFO. Oha, du hast recht. Okay, also das Ding ist, kennst du Pinball noch aus deiner Kindheit? Äh, ja. Wieso? Oh mein Gott, was hab ich gemacht? Ah, ich bin falsch gefahren. Ich auch. Oh, wie Idioten. Oh, blö. Also so kenn ich Pinball by the way nicht. Wir haben uns einfach getrolt. Wir müssen erstmal so einen Bowlingball wegmachen. Ah, okay. Okay. Okay, also wie läuft das? Du fährst jetzt. Okay, wir müssen jetzt einfach hier runter. Siehst du das? Warte. Äh, ja, ich komm zu dir, Digga. Ich komm auf deine Höhe. Okay. Hier ist der Bowlingball. Und dann fährt man hier so rüber und da runter, oder was? Ja, dann fährt er hier runter. Siehst du das? Wir müssen einfach... Höh? Der kommt wieder hoch, der Ball. So, okay. Ich würde sagen, Denu. Wow! Let's go! Oh mein Gott! Oh Gott! Achso! Wo bist du? Oh Gott! Verdammt! Ey, du kommst doch voll gut durch. Alter Schwede. Okay, okay. Ich kann fahren. Nein, 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 nein. Nein, mein Auto ist auf jeden Fall richtig ripped. Okay, ich bin wieder am Start. Ich kann fahren. Oh mein Gott! Oh Mann, Scherz! Ich kann auch fahren. Wow, mit dem Boost! Ich komm mit Denu. Wow! Du musst mich herausholen. Oh mein Gott, die haben 360 gemacht. Hängst du fest? Ja, was soll ich... Oh, ja, jetzt. Ich bin wieder auf Kurs. Okay. Ich bin wieder auf Kurs, Bro. Oh mein Gott. Wir müssen... Ich muss an den ganzen Dingern vorbei. Oh! Ah, ich seh dich da hinten schon. Ich bin auf dem Weg. Und ich falle jetzt einfach mit meinem Auto. Ich falle runter. Na, wer ist mir runtergefallen? Oh Gott, die Milchtüte. Nein. Schade. Nein, noch nicht. Kurz davor gewesen, aber... Oh mein Gott. Alles cool. Weiter geht's. Okay. Okay, ich hab den Checkpoint. Oh mein Gott. Ich hab den Checkpoint. Was für ein Checkpoint, Mann? Ja, unten ist ein Checkpoint. Was? Oh, Denno. Soll ich dich etwa rammen mit meinem Jet? Oh, guck mal. Du hast jetzt einen Jet. Was ist das denn jetzt für ein Jet? Oh Mann, nein. Nettter Versuch. Ja, ich fliege jetzt wieder hoch mit einem Jet. Und dann bau ich zum anderen Fahrzeug. Was denkst du denn? Ach, so ein Ding ist das. Ja, ja, ja. Du spawnst jetzt... Aha. Ja, ja, ja. Du bist also schon Veteran in diesem Game, ja? Ja, ich bin schon Veteran. Ich werd jetzt hier einmal... Ich sag dir, es sieht auch echt schlecht aus langsam. Oh, einmal drehen hier das Ding. Oh, kurz mal gecrashed. Oh, ja. Oh, ja. Rate mal, was geht. Ich bin unten angekommen. Oh, Denno. Rate mal, was ich für ein Fahrzeug gehabt habe. Das ist auf jeden Fall richtig schnell. Ich bin doch doch gecrashed. Ich kann doch gar keinen Jet fliegen. Ja, das glaub ich dir. Mach ich denn da jetzt? Oh, sehr wichtig. Wollte ich dich mal wegrammen? Ja, muss mich erst mal finden. Ich seh dich. Du musst mich erst mal finden. Hallo. Tja. Verdammt nochmal. Okay. Wow. Schnell unterwegs. Boah, ich bin fast über die Bande rechts rüber geflogen. Wirst du sehen, wissen gerade, was hier passiert ist. Oh Gott. Ich hab so das Gefühl, der Jet ist gleich kaputt. Nein, nein, nein. Oh, gut, dass ich nochmal abgebremst hab. Hier sind ja richtige Fallen, Alter. Oh, ja. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg, aber du bist, du bist echt, ja, du bist fix runtergekommen. Ich bin gleich schuldig. Oh, nein, ich explodieren, bitte. Oh, hier bist du gut durchgekommen. Ich bin im Jet, okay. Alter Schwede. Ich bin im Jet, Alter, yo. Denno. Soll ich dich mal holen? Ja, du musst dich erst mal finden. Digga, was ist da denn passiert? Er explodiert einfach. Ich bin aufs Auto geflogen und war direkt weg. Er explodiert einfach. Warum das denn? Ich bin auf der Tür aufgekommen. Naja. Nein, noch nix. Jetzt bin ich vom Ziel explodiert. So, okay. Und dann komme ich jetzt mit einem Auto. Was ist das denn für ein Auto? Oh, bitte mal ein Auto, ey, wenn du jetzt mal richtig hängst oder so. Das wäre echt cool. Er gönnt halt gar nicht. Warum soll ich denn gönnen? Er gönnt. Sag mal. Ich f*** da. Oh, oh, der ist epic safe, Digga. Oh. Oh, oh, oh. Okay, ich sag dir, ich hab irgendwie grad voll das kleine Auto. So, ich werde dich einholen. Oh, gerettet. Oh Gott. Ich bin am Jet. Ich bin am Jet. Nein. Okay, schade. Oh, jetzt muss ich vorsichtig sein. Jetzt werde ich dich direkt mal anvisieren. Wo bist du, mein Wester? Ich bin hier nirgendwo zu sehen. Bist du hier nirgendwo zu sehen? Ey, ich... Ah, komm. So, hier hab ich gut Fläche. Nein, nicht ins Loch, nicht ins Loch. Oh Gott. Ey. Meine Karre? Nein. Oh Gott, Alter. Diese Windräder ohne Ritz. Ron Weasley, Mann. Wow. Wow. Oh, ich seh dich, Bro. Oh mein Gott, ich bin so speedy Gonzales gerade. Ich bin in den Explosionstank reing... Oh. Oh, oh. Oh, nein. Jetzt war schon der zweite Explosionstank. Oh mein Gott. Du hättest mal, Alter, du hättest mal in Fahrweise sehen sollen. Holy moly. Oh. Und im Jet. Ja, ich bin auch schon da, mein Wester. Natürlich. Und ab in den Jet rein. Oh. Oh, oh. Nee. Das ist natürlich nicht schlecht, Digga. Danke für den Tipp auf jeden Fall. Kein Problem. Aber du gehst jetzt ins Loch, Bruder. Ich geh nicht ins Loch. Gar keinen Fall. Du gehst ins Loch. Absolut sicher. Ich komm ganz clean grad durch. Absolut sicher gehst du ins Loch. Ich komm grad ganz clean durch. Und zack, ich kann weiterfahren und nicht mehr und schon angekommen. Aha. Oh, oh. Und da explodiert er. Und wieder. Aha. Ich wurde am Kofferraum berührt und auf einmal explodiert meine Karre. Was ist das denn? Natürlich, du darfst nicht doof aufkommen, sondern explodiert das. Es geht ja fünf. Was denkst du denn? Aber am Kofferraum, Bro. Nein. Was ist denn da gefährlich ist am Kofferraum? Ja, alles. Wir haben Explosionsdinger im Kofferraum. Ah ja. Du hast mir den C4 reingepackt. Du hast meine Karre doch schon wieder modifiziert. Okay. Vorsichtig. Okay. Ganz vorsichtig. Ja, mein Auto dreht sich und runter. So, Bro, wo bist du? Ich werde jetzt den heftigsten Pace hinlegen. So. Ich krieg dich. Ich hole dich jetzt. Ich bin jetzt fast im Jet. Ich bin so ins Loch. Jawohl. Das darf echt nicht wahr sein, Mann. Was? Ach, Leute. Ich ertammt. Ach, Deno. Das ist das erste Mal, dass ich Pinball spiele. Ich finde, dafür schlage ich mich gar nicht mal schlecht. Ah, du bist echt gut, muss ich sagen. Aber, ey, als ob ich hier oben wieder ins Loch zurückfliege. Ich bin schon wieder original ins Loch geflogen, Mann. Es kann nicht sein, ey. Das war für den Spruch. Das ist das zweite Mal. Das war für den Spruch. Wow. Oh mein Gott. Wie zur Hölle. Du gehst doch immer auf den selben Spot runter, oder? Du kleiner. Du verdammter Wäsche. Ach, komm, ey. Ich bin schon wieder ins Loch gekommen. Das ist belastend, Leute. Okay, und wieder unten sind wir schon. Nix los, Deno. Na ja. Ich denke mal, dann kann ich ja jetzt auch schon aus dem Rennen gehen. Ach, genau. Genau. Das denkt da. Das wird hier sicherlich kein DNF, ey. Also, das lasse ich aber nicht auf. DNF. Oh Mann, ich falle gegen so R2-D2 gegen, Alter. Wie nah war ich am Loch? Ja. Harry ist wieder am Pacing. Nein. Ey, Mann. Also, ich fahre jetzt hier gerade wieder entspannt lang. Ich bin gerade ein bisschen doof ins Loch gefallen, aber kein Problem für den Meister. Mein Jet fällt jetzt erstmal doof in dein Auto, mein Wester. Das war ganz schön knapp. Ja, perfekt. Ach ja. Mein Jet ist ripped. Oh mein Gott. Schnell, ich muss uns zum Jet hängen jetzt. Nein. Wow. Was? Ey, das war so knapp. Hä? Komm schon. Was? Ich bin fast da. Ich hab dich doch getötet, Mann. Ich bin doch direkt an dir explodiert. Man kann sich doch hier gar nicht umbringen, oder was? Doch, klar kann man das. Mann, ich muss noch, das Ding ist, was wir gerade noch holen können, ne? Ich musste so weit zum Jet fahren. Das Ding ist, ich hätte eigentlich schon gedacht, dass ich dich da jetzt bekomme, ne? Weil das war echt eine ganz knappe Kiste auf jeden Fall. Nein. Da haben wir uns den Boost jetzt auf jeden Fall direkt mal gezogen und rein geht's. Und jetzt machen wir die Speedrunde, wie sie im Buche steht. Ja, ich zeig dir jetzt mal Speedrunde, wie sie... Polizeiauto? Nein, die Speedrunde ist hier. Ich hol dich, deno, Polizei. Aber jetzt einmal anhalten, Führerschein. Ah, wo bist du, ha? Was? Ich bin noch nie so clean durchgekommen. Ich hab mich ein Ding berührt. Oh, das war nicht, wie du das immer machst, ne? Und jetzt bin ich gegen Windrad geflogen. Ja, Polizei ist jetzt hier unterwegs, ne? Officer Brox regelt ganz kurz mal hier das Verbrechen. Das Verbrechen ist ziemlich eng. Och nein, hier ist ja durchgekommen, wäre so cool gewesen. Es geht wieder ins Loch. Ich seh's doch schon. Ja! Ich seh's doch schon. Ja! Und ins Loch? Ich check nicht, warum es immer das Loch ist. Das ist so klein, Mann. Das macht 10% der ganzen Fläche aus. Und ich flieg da jedes Mal rein. Ich weiß auch nicht, was du gemacht hast. Welchen Pack du geschlossst hast mit dem Teufel. Dass du immer ins Loch fällst und dann runter zu ihm. Ich glaub's da nicht, Renno. Ich glaub, der Teufel bist du. Alter, wo ist denn der nächste Checkpoint? So. Ich weiß nicht, was Brox so macht, aber er will mich unbedingt nochmal mit dem Jet holen. Da ist er auch schon. Nein! Da ist er auch schon. Mann, da fährt er rechts. Da ist er auch schon. Uff. Das war echt knapp. Okay, wir haben hier auf jeden Fall jetzt erstmal Tempo rausgenommen. Jetzt können wir eigentlich auch für entspannter Basis durchspannen. So, jetzt mach ich hier ein bisschen wieder Speedtrick. Oh Gott, kurz gecrasht, kurz gecrasht. Oh, ich hab ein Panto. Du musst mal eigentlich immer weiterfahren. Wie immer weiterfahren? Zu diesem Verwandlungsding. Ja, man muss, ja. Man hat irgendwie die Checkpoint immer weiter weg, ne? Ey, sag mal. Also jetzt komm ich hier gerade gar nicht gut durch. Das wäre einfach ganz geil, wenn du jetzt ein bisschen stuckst, damit ich nochmal... Digga, du hängst jetzt eins immer noch im Voraus. Oh, nicht im Loch gelandet. Sehr gut. Oh, hau ab mit deinem Jet. Er lässt mich in Ruhe. Sehr gut, Leute. Sehr gut. So. Dann düsen wir doch mal weiter runter hier mit dem Panto. So, hier. Loch übersehen. Stehen bleiben, Broxo. Ich hol sie. 32 an Leutschstille. Nix da. Ich bin hier auf... Oh mein Gott. So viel Geschwindigkeit gerade. Ah, guck mal. Ich bin schon wieder unten. Ein Tempo-Adrenalin-Tab. Hä? Die wurden hier gut genutzt. Und ich hol dich ein. Lass die Polizei jetzt durchfahren. Fertig. Wow. Wow. Wo will ich? Komm, Zeppelin. Wir haben einen Frontflip gemacht. Ah, doch noch reingeholt. Ich hab keine Ahnung, ob meine Karre jetzt hier überhaupt noch irgendwie vernünftig läuft. Ja. Hau rein. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Nein, wir waren gerade auf einer Höhe jetzt nicht mehr. Schade. Oh mein Gott. Wow. Das war ganz so knapp. Ich bin auch der Schnelle drin gerade. Hau rein. Ah. Nix los. Wir sind schon wieder unten. Ready to drive. Ja, ich check nicht, wie du da immer nach unten fahren kannst. Aber ich fall ins Loch. Die Bombe. Oh, wir haben das Loch geboidet. Und jetzt geht's runter, Leute. Ich ramm den Tippen runter. Ja, ja. Ich werde dich tot rammen. Du kriegst mich niemals. Guck mal, wie ich jetzt... Oh Gott. Alles geplant. Oh, Baby. Oh, Baby. Nein. Ja. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Wie hast du das überlebt? Keine Ahnung. Jetzt wollte ich die gerade crashen. Du crashst hier gar keinen heute. Mann. Ich nehme auch alles mit gerade. Sehr gut. Jetzt rolle ich hier runter wie mit Purzelbäumen. Echt so? Wie so ein Purzelbaum? Oh, hau bloß ab. Oh mein Gott. Du wirst mich jetzt echt umbringen können, ne? Ja, ja. Weiß ich. Na gut. Ah. Was soll ich sagen, ne? Ich versuche irgendwie ein bisschen hinterher zu lassen. Außerdem schubsen. Da habe ich die ja schon mal aus dem Parcours rausgeschubst. Also von daher alles okay. So. Kurz Auto holen hier. Ach, so machst du das. Ah, jetzt habe ich deinen Trick rausgefunden. Ach, jetzt erst? Ja gut. Gehst langsam da rein. Aha. Wie langsam da rein? Du fährst schön langsam runter, damit du fahren kannst. Hey, ich fahre voll schnell, aber danke für den Tipp. Ah, ich weiß ja nicht, ne? Ich bin jedes Mal in die Wand gefahren. Ich glaube sogar auch, dass es besser klappt, weil jetzt bin ich irgendwie auch nicht clean runtergekommen. So, ich bin hier auf jeden Fall... Oh, vorsichtig. Oh nein. Ach man, ich entscheide mich für die falsche Seite. Ich crash dich weg. Hey. Hey. Oh, da habe ich mich aus der Affäre gezogen. Nicht mit mir, dennoch. Nicht. Ich crash dich tot. Mit mir. Wo geht's? Oh mein Gott. Ich crash dich weg. Nein. Du kommst niemals ins Ziel. Du kommst niemals ins Ziel. Nein. Oh, verdammt. Okay, dennoch. Okay. Du willst natürlich jetzt mit dem Jet auf ganz schnell machen, aber das tut mir sehr leid. Das wird auf jeden Fall jetzt nichts. Boah, du musst echt weit fahren. Oh, der Ero. Oh, wie ist der Zett? Ach man, ey. Brems doch mal ab, wenn du nicht traust. Brems doch ab, wenn du nicht traust. Brems doch ab. Ja, komm doch. Ja, treffst du doch ab. Du bist vorne, ne? Nicht ich. Los, komm doch. Trau dich, treff doch mal ab. Ich weiß nicht, Alter. Ich werde dich jetzt lieber auf der Strecke in der Runde tot rammen. Oh mein Gott. Ich bin immer weg gelandet. Bin sogar gut gelandet. Ich fahr weiter. Nix los. Sogar vor dir mit dem Golf-Card. Oh Gott, das ist gar nicht gut, dass ich jetzt so langsam bin. Wo ist das Golf-Card? Ich gebe Gummi, ich bin gerade über das Loch übergesprungen. Nein, nicht reingehauen werden. Ach nö, ich bin ins Loch gefallen. Was ist denn da? Warum ist denn der Checkpoint so anders? Denno. Denno, denno, denno. Na, was denn? Ist das hier das Siegerfahrzeug, was ich gerade habe? Und was macht das Siegerfahrzeug so? Ach so, das Siegerfahrzeug, das fährt ins Ziel. Ach so. Bist du bereit, Denno, heute keine Regeln zu brechen in GTA 5? Ich bin absolut bereit, mein Bester. Lass uns durchziehen. Okay, pass auf. Ich hoffe, es ist richtig krass organisiert. Denn wir haben einfach ein Rad. Dieses Rad können wir drehen. Wir haben hier ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und pass auf, bist du bereit? Ich drehe das nämlich jetzt. Oh, und das ist dann die Sache, die wir als erstes brechen werden. Und das Problem ist, Denno, wir dürfen kein Stern bekommen. Wenn wir einen Stern bekommen, ist dieses Video vorbei. Und wir müssen jemanden 1C4 ankleben. Oh mein Gott, das wird schwierig. Aber bitte nicht Mia, okay? Nee, nee, ich mache es auf jeden Fall nicht bei dir. Auf jeden Fall ein cooler Pullover, den du da hast. Wollen wir mal vielleicht hier vorne gucken? Hier ist, glaube ich, so diese Frau. Die sitzt da gerade ganz entspannt, guckt sich das Wasser an. Ich glaube, ich dürfte nichts merken. Ich habe jetzt hier gerade mein Zufi am Start. Warte, 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 warte. Längst du hier ab, längst du hier ab. Schönen guten Tag, Lady. Ich habe da mal eine Frage. Wo haben Sie sich das Top... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell weg, schnell weg, oh, oh, was? Okay, haben wir einen Stern bekommen? Nee, bis jetzt noch nicht. Ich sollte aber, glaube ich, mal mit dir jetzt hier abhauen. Beeilung, sonst kriegt das hier noch jemand mit. Oh, okay, okay, weg hier weg von Pia. Alter Schwede, bist du wahnsinnig, man. Du hast viel zu doll geworfen. Ich weiß, hier ist es einfach umgekippt. Alles klar, Leute. Also, ihr habt schon mal gesehen, die Regeln können auf jeden Fall echt krass sein. So, wir drehen das Rad, Denno. Mal gucken, was wir jetzt hier als nächstes haben. Oh, okay, okay, das musst du auch machen. Jetzt müssen wir beide einen Vogel abschießen. Oh nein, ey, jetzt müssen wir einfach einen Vogel abschießen. Okay, dann lass mal über die Straße gehen. Ich meine, wir gehen auch, glaube ich, gerade... Nee, wir gehen hier über grün, also alles entspannt. Warte mal ganz kurz. Was sitzt denn da? Ich weiß, da sitzt hier der Vogel. Guck dir den an, der kleine Racker. Weißt du gar nicht, was mit ihm passiert? Okay, Denno, wir müssen jetzt gleichzeitig machen. Dann würden wir auf jeden Fall keine Aufmerksamkeit erregen. Okay. Du nimmst den linken. Ich nehme, ist hier noch irgendwo einer? Da, hier ist jetzt auch noch einer. Auch so eine Taube. Bin ready. Okay, sehr gut. Oh nein. Und der Vogel. Drei, zwei, eins. Oh. Ah. Oh nein. Der hat bei dir voll gequiekt. Ich habe Sippy getötet. Sippy. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Das kann ich mitbekommen. Das Rad dreht sich schon wieder, Denno. Oh Gott. Ich fühle mich so schlecht, ne? Du hast einfach Sippy getötet. Oh. Mach ein Autoflip. Okay. Wow. Was ist das denn, Mann? Wir haben die Bananenautos jetzt hier am Start. Okay, warte. Ich gehe jetzt hier rein. Ich fahre mal ganz so, dass du auch reingehen kannst. Wir haben nämlich noch drei Plätze hier frei. Ja, Mann. Wie das aussieht. Oh Gott. Jetzt müssen wir so einen Bananenflip machen, ne? Ist hier irgendwo eine Mega-Rampe in der Nähe, ist halt die Frage. Kennst du diese Stunt-Jumps, die man machen muss? Boah, ja. Ich weiß, dass du da der absolute Experte bist, Bro. Also wenn jemand einen Flip machen kann, dann du. Pass auf. Ich habe eine gute Idee. Hier sind so eine kleinen Rampen. Und wenn wir es jetzt so schaffen, so einen kleinen Flickflack mit dem Bananenboot zu machen hier. So, warte. Und jetzt nach vorne. Oh. Aha, nicht schlecht. Alter Schäde, ey. Nee, das ging schnell, muss ich sagen. Okay, also bis jetzt auch hat es bis jetzt keinen gejuckt, weil das war eigentlich eine Regel, die ging relativ klar. Ist zwar nicht erlaubt, aber war nicht schlecht. Das Rad dreht sich schon wieder, denn oh. Oh. Und wir landen bei... Oh nein. Oh mein Gott. Ey, da kriegen wir doch einen Locker anstellen, wenn wir das machen. Ein ATM ausrauben. Okay, ich würde sagen, steigt mal hier wieder ein ins Bananenboot. Ab geht's. Und lasst uns mal den nächsten ATM aufsuchen. Bin bereit. Ich weiß auf jeden Fall schon, wo einer ist. Der ist ja vorne bei der Maze-Bang jetzt auf jeden Fall so ein paar. Da haben wir auch so ein bisschen Sichtschutz. Also es kann sein, dass da nicht alle Leute am Start sind. Und da vorne ist doch schon ein Automat. So. Oh. Wir parken mal ganz kurz hier den Wagen hier hinter, dass es keiner sieht. Aber das Problem ist dennoch, es sind hier gerade ein paar vor dem Automaten. Was machen wir jetzt am besten? Gute Frage. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall ziemlich schwer jetzt hier ohne Stern rauszukommen. Ja, ja. Okay, pass auf. Ich würde sagen, du nimmst den rechten. Ich nimm den linken. Du stellst jetzt hier ran. Und dann müssen wir gleichzeitig E drücken. Also geh ran. Bist du ready? Drei. Ja. Zwei. Eins. Go. Okay. Platz hier ran und lauf weg. Okay, Mann. Lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Und, und. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Ey, du hast einen ausgenockt. Digga. Du hast einen ausgenockt. Nimm die Moneten mit und lass uns hier weg, Alter. Schnell, schnell, schnell. Nimm die alle mit, Denno. Alle mit dem. Alle aufheben. Alles aufheben jetzt hier. Achtung. Okay, reicht, reicht, reicht. Schadensbegrenzung. Schnell weg, schnell weg. Ab ins Bananenboot. Drück auf die Tube, Mann. Wir müssen hier weg. Oh Gott. Bis jetzt, warte. Richtig kleine Abkürzung. Können wir uns auf jeden Fall ein bisschen verstecken. Hallo, Madam. Moin. Ups. Oh Mann, Brox. Ganz vorsichtig, schnell hier weg. Ich weiß. So. Oh, die müssen auch denken, was geht hier gerade ab? Hallo. Achtung. Banane am Pfarren. Okay, Bananenboot ist da. Und das Rad wird wieder gedreht. Alter. Das war auf jeden Fall nicht schlecht, Denno. Das war sehr knapp. Oh. Oh nein. Oh mein Gott. Was? Was? Jetzt müssen wir eine Bank ausrauben. Was? Lass dich dein Ernst. Okay, wir haben das Bananenboot jetzt erstmal da stehen lassen, Leute. So, Denno, komm schon. Wir müssen jetzt hier schnell eine Bank finden und die ausrauben. Und das ganz ohne Stern. Ja, ja. Ich meine, wie soll das funktionieren? Das ist gefühlt die Königsdisziplin. Oh, da hinten sehe ich doch was. Ja, stimmt. Das grüne, ne? Flieger. Oh. Wir können die Fliegerbank ausrauben. Dann müssen wir nicht direkt die Pacific Bank ausrauben. Okay, pass auf. Mensch, Brox, was bist du denn für ein schlechter Überfallmann? Ich sage ganz ehrlich, du musst doch die Karre richtig parken. Ja, okay, du hast recht, du hast recht. Aber lass die erstmal da so stehen. Okay, dann parkt die richtig. Bin ich mal gespannt. Ja, achso, du meinst... Luftwagen, mein Bester, ne? Luftwagen. Ganz genau, ganz genau. Du hast recht. Schön hier stehen. Perfekt. So ist gut. Lass die Tür sogar noch offen. Weißt du, wie ich meine? Ich denke... Okay. Ja, okay. Okay, hat er zugemacht. So, lass mal ganz kurz reingehen und sagen, wir wollen so Geld abheben oder sowas, ne? So, erstmal kurz, wir sind so die Rüpe, ne? So. So, pass auf, Denno. So, du sagst jetzt, dass du Geld abheben willst und ich geh schon mal hin und check mal die Lage ab, weil oben sind auch so Kameras, ne? Schönen guten Tag, Ma'am. Guten Tag, Sagen, das kann ich für Sie tun. Äh, ja, ich wollte eigentlich gerne Geld abheben. Können Sie mir Ihre Bankdaten einmal durchgeben? Weiter so, Denno, weiter so. Ich bin hier schon am Hacken. Äh, ja, Bankdaten. Ah, da muss ich jetzt einmal ganz kurz in mein Portemonnaie schauen. Äh, geben Sie mir ein bisschen. Okay, okay, ich hab alles gehackt, Denno. So, das Ding ist gehackt. Die Tür sollte jeden Moment aufgehen. Ja, ich wollte auf jeden Fall noch sagen. Hände nach oben! Finger weg! Weg vom Knopf! Sehr gut, ich hau das Geld, ich hol das Geld. Hol die Kohle, Bruder, hol die Kohle. Sie bleiben ruhig. Okay, ich hab das Geld. Schnell, 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 schnell. Lauf weg, lauf weg, lauf weg, Denno. Let's go, raus hier, Mann. Schnell, schnell, schnell. Okay, oh, und der Fluchtwagen, gut geblut, sehr gut platziert. Fahr los, Digga, drück aufs Gas. Ich fahr rückwärts. Oh, okay. Und haut rein. Hahaha. Aber es ist jetzt kein Stern, ne? Wir müssen den Wagen, glaub ich, auch loswerden, ne? Wie können wir den am besten loswerden? Oh. Mieser-Crash. Okay, pass auf, ich mach den Wagen hier. So. Und dann ab hier raus. Weg, weglaufen, weglaufen. Und ich chill mich ganz kurz hier ran erstmal. Bis jetzt schien alles entspannt zu sein. Das Rad ist schon wieder hier am drehen, Leute. Okay, Denno, was glaubst du, was bekommen wir? Oh, Helikopter! Jawohl! Und ein Helikopter? Okay, warte. Auf einem Auto! Was? Ähm, äh, okay. Ich glaube, also ich weiß auf jeden Fall, wo ein Helikopter ist. Das ist beim Krankenhaus. Bei dem hier, glaub ich, leider nicht. Deswegen, wir müssen jetzt hier kurz ein Auto besorgen. Ach, weißt du was? Wir nehmen einfach wieder den Ferrari. Wir sind ja sowieso gleich auf dem Dach mit dem Helikopter unterwegs. Und kennt das auf jeden Fall sowieso schon jeder. Okay, okay. Alles einsteigen hier in das Ding. Und dann geht's ab zum Krankenhaus. Da ist auf jeden Fall ein richtig dicker Helikopter oben. Das weiß ich. Mal gucken, ob wir auf dem Auto landen können oder auf irgendeinem Auto. Okay, hier ist das Krankenhaus. Wir können, glaub ich, hier vorne über die Leiter hochgehen, ne? Ja, hier ist die Leiter. Oh, sehr nice. Okay. Ganz schnell weg jetzt hier. Das Fahrzeug werden wir auf jeden Fall nicht mehr benutzen können. Das ist bestimmt schon gleich hier in den Nachrichten oder so, dass wir die Bank ausgeraubt haben. Und da ist... Ja, da ist zum Glück ein Helikopter. Alter, sehr gut. Okay. Sehr gut. Der sieht richtig crazy aus. Na, die haben wir gefühlt geupgradet. Der sieht ja richtig krass aus. Da haben wir jetzt auch Glück, dass die jetzt gerade keinen Einsatz haben, ne? Ja, ja. Stell dir vor, die hätten jetzt gerade... Ich glaub, der andere ist sogar hier irgendwie... Wissen Sie, so Brandflecken auf dem Boden. Okay. Also, wir sind im Helikopter. Und jetzt geht's auf jeden Fall ran. Wir müssen jetzt hier irgendwie auf so einem Auto landen. Lass mal kurz gucken, dass wir eine rote Ampel erwischen. Da vorne ist eine rote Ampel bei dem. Können wir direkt vielleicht den Helikopter drauf landen. Da haben wir es direkt schon geschafft. Oh! Vorsichtig. Oh! Das Auto ist vielleicht ein Ding zu klein. Wir brauchen echt vielleicht ein bisschen größeres. So, pass auf. Und zwar... Oder vielleicht noch mehr Skill? Noch mehr Skill ist es. Noch mehr Skill ist es. Ah! Warte, ich hab's gleich. Dritter Versuch. Alle guten Dinge sind... Oh! Drei! Ja! Jawoll! Ja, Mann! Bist du drauf gelandet mit dem Helikopter auf dem Auto? Derno! Oh! Oh! Oh Gott! Aua! Verdammt! Lauf weg, lauf weg, lauf weg! Das hat keiner gesehen. Gib ihn! Gib ihn, Derno! Alter! Also das hätte uns gerade schon fast umringen können. Renne gegen... Oh nein! Nein, 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 nein! Nein! Renne gegen drei Menschen, die sitzen. Weißt du, was daran schlimm ist, Derno? Wenn du gegen Menschen rennst, die sitzen. Die gehen einfach drauf. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist ein Gegner, der kommt einfach so. Ja! Genau, die sterben einfach. Das heißt, es ist ein ganz komischer Bug. Also wir müssen jetzt quasi gerade die schlimmste Tatbeflüge begehen. Dann lassen wir euch versuchen. Und das gleich dreimal. Ja, Mann, und das gleich dreimal. Okay, hier sitzen auf jeden Fall schon mal... Ich sehe gerade zwei Leute. Oh nein! Du nimmst dem besten mal die Frau vor oben und ich hier den Typen. Hallo, Sir! Ich kann für sie tanzen. Wie gefällt Ihnen das? Yeah! Oh! Geil im Rufs, Mann! Okay, und jetzt gegengelaufen. Gegengelaufen. Guck mal. Oh nein! Der eine ist schon draufgegangen. Der eine ist drauf. Eins von drei haben wir sogar gerade schon. So ist die auch noch ganz kurz. Oh! Oh! Oh Gott, nein! Schon zwei von drei. Und da vorne sitzt auch noch... Da sitzt auch noch jemand! Ich weiß! Wir rennen gegen ihn! Warte! Der im Stuhl ist gesaved. Der im Stuhl ist... Oh! Oh! Schnell weg hier, Mann! Das war es mit dem. Schnell weg, schnell weg. Das ist gerade gar nicht gut. Oh oh! Okay, wieder keinen Stern bekommen. Wir sind auf jeden Fall gerade echt mega, mega gut am Start. Das Rad ist schon wieder am Drehen. Und jetzt müssen wir... Ein Auto klauen. Auf öffentlicher Straße. Ja, aber... Ja, ist schon eine Krise. Wenn da irgendwo Polizei ist oder so. Oder irgendwer die Bullen ruft. Du weißt. Wir haben eine Bank ausgeraubt, Brot. Das schaffen wir doch. Stimmt. Okay, da hast du recht. Dann... Sorry, der Typ muss direkt daran glauben, ne? Also, Madam. Aus dem Wagen raus! Aus dem Wagen, Mann! Aus dem Wagen! Und weg mit ihm! Hey! Hey! Nein, nein, nein! Hey, warte mal! Hey, ich bin Beifahrer! All right! Und weg hier! Let's go! Hau ab, schnell! Okay, wir haben bis jetzt keinen Stern. Jetzt noch... Ich glaube, die rufen gerade die Bullen, ne? Wir müssen den Wagen loswerden, Denno. Wir müssen den irgendwo verschrotten. Fahr da rein, Denno! Fahr da rein in die Garage! Mach dich! Mann, wie dauert das denn hier? So, sehr gut. All right. Alter, okay. So, kommen wir jetzt hier schnell raus. Das geht dir doch nicht wieder zu, oder? Geht dir zu? Ja. Ja, voll. Das Auto ist versteckt. Sehr gut. Das Rad dreht sich schon wieder. Alter. Und wir haben... Oh nein. Nein, 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 nein. Nicht das, nicht das. Wir müssen durch den Tunnel fliegen. Tunnel, was? Bro, das mache ich nicht. Ich sage ehrlich. Ich weiß. Wir müssen jetzt aber trotzdem zur Militärbasis. Ich habe erst mal hier jetzt hier meinen schönen Porsche geholt, weil es ist ja eh jetzt egal. Wir müssen jetzt hier mit dem Flugzeug durchfliegen. Und ab geht's in die... Oh, was machst du da? Ah! Ah! Oh, vorsichtig. Oh, nicht überschlagen. Oh Gott. So, und jetzt brauchen wir ein Flugzeug, Denno, wo man zu zweit drin sitzen kann. Okay. Mal gucken jetzt hier. Ich glaube... Da hinten sehe ich eins. Hier vorne rechts. Links. Links, 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 links. Ja, da. Oh, stimmt. Was? Das sieht ja richtig crazy aus. Sogar ein Zweisitzer. Aber du fliegst, ne? Ja, ja. Ich fliege. Ey, wir hätten auch rechts diesen Titan daneben nehmen können. Aber ich glaube, der wäre... Oh, nee. Der ist viel zu groß, Mann. Der ist viel zu groß. So. Alles anschnallen, Denno. Oh, oh. Oh, das wird jetzt ganz, ganz wild werden. Hoch damit. Ja. Haut rein. Haut rein. Oh, Brox. Nein. Hast du das schon mal gemacht? Nein. Noch nie gemacht. Was? Noch nie gemacht. Nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh. 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 Verdammt, Mann. Vorsicht. Achtung, Gott. Flugzeuge im Tunnel. Oh. Boah. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Warte, ich lande hier ganz kurz hier vorne. Das hat richtig böse enden können. Das ist... Wir landen locker heute in den Nachrichten oder so, ne? Was wir alles schon gemacht haben. Und raus hier, Denno. Alter Schwede. Also, hör mir mal zu. Ja. Ich habe ganz kurz das Licht gesehen. Da drüben. Ich dachte, wir sterben da hinten. Habe ich auch gedacht. Habe ich auch gedacht. Oh, Leute. Das Rad dreht sich. Oh, mein Gott. Alter. Oh, was steht da? Was steht da? Fahre auf der... Was? Fahre auf der falschen Seite des Highways mit dem Rampenauto. Nein. Das schaffen wir niemals. Was? Alter, das werden wir niemals schaffen. Oh, mein Gott. Okay. Die Rampenautos sind am Start, Denno. Und ich mache jetzt einen Timer. Das Ding ist, wir müssen es jetzt schaffen, für 30 Sekunden keinen Stern zu bekommen. Leute, passt auf. Der Timer hier. 30 Sekunden geht. Los. 30 Sekunden. Und jetzt, Denno, Abfall auf die andere Bahn jetzt hier. So, aus dem Wegschirm. Okay. Okay. Oh, Gott. Das wird gar nicht so gut ausgehen. Oh, Gott. Vollgas. Vollgas. Wow. Guck mal nach hinten. Guck mal nach hinten, wie es aussieht. Nur noch 10 Sekunden, Denno. Oh. Oh, nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Nein. Oh, ich brelle. Oh, Gott. Oh, Gott. Nein, Denno. Ich habe einen Stern bekommen oben. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Weg, Freunde. Also, vielleicht kriegen wir auf dem Weg ja noch ein paar mehr Leben. Aber wir dürfen auf jeden Fall nicht diese 5 Leben verlieren. Falls das so ist, Leute, dann haben wir auf jeden Fall verloren. Okay. Jetzt haben wir ja schon mal eine Tür geregelt. Jetzt müssen wir ja durch die Tür gehen. Oder durch die Tür gehen, Leute. Okay. Ich gehe mal ganz kurz durch die hier durch. Und, ey. Scheint richtig zu sein. Hagi-Wagi in Monster-Edition. Was? Okay, okay. Ich gehe direkt auf den Boden. Kein Problem. Und eins. Und zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn, Freunde. Okay. Hat dir das gereicht? Ich habe sogar elf gemacht. Oh, mein Gott, Freunde. Ich habe wieder fünf Leben. Okay. Das heißt, man kann anscheinend auch mal gute Sachen und auch schlechte Sachen finden. Dann müssen wir aber wahrscheinlich, um den Weg jetzt wirklich zu finden, hier durch, Leute. Weil das war anscheinend gerade einfach nur so eine Bonusaufgabe, Leute. Also es kann halt anscheinend auch nicht immer verkehrt sein. Tails? Was machst du denn hier, Tails? Ah, Leute, ich weiß nicht, ob ich Tails trauen kann. Er hat letztes Mal auch schon links gesagt, Leute, bei der Wasserrutsche. Deswegen, ich gehe jetzt mal rechts, Leute. Tails kann mich nicht veräppeln. Ohne Spaß. So, jetzt gehen wir hier mal ganz kurz. Äh, sind wir hier richtig? Hagi, Waggi. Du, es tut mir leid. Weißt du? Äh. Hagi, es hat mich so gut aufgeschaut. Ja. Oh, es tut mir leid, Hagi. Ich weiß, es tut mir leid. Oh. Oh mein Gott, Leute. Ich will dir nicht wehtun. Hör auf damit. Ja, okay. Ja, ich weiß. Du hast recht. Ich hätte nicht... Aua. Oh, ich bin hier fast runtergefallen, Leute. Ich hätte nicht... Ich weiß... Oh, Mann. Es tut mir leid. Oh, tritt jetzt auch nochmal. Ich wollte dich da runterwerfen. Au. Oh mein Gott. Ausgelischen. Oh, ich bin fast runtergefallen. Willst du es wirklich, Hagi? Es tut mir leid. Ich muss es machen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich musste es machen, ne? Ich meine, er hat mich angegriffen. Ich weiß, dass er böse ist, dass wir in der einen Folge mit der Mami Long Legs Box ihn da wegschießen mussten. Aber es war die Aufgabe von Killy Willy. Oh Gott, ich bin jetzt hier gerade fast runtergefallen, Freunde. Okay, jetzt müssen wir uns hier zwischen vier Türen entscheiden, ne? Ähm, äh, ich nehme mal rot. Rot ist meine Lieblingsfarbe, Freunde. Deswegen, wir gehen mal rein hier in die rote Tür, ne? Und ich hoffe, da ist jetzt nichts Böses. Oh, was? Nein! Oh, Leute, ich meine, eine Million Dollar für ein Leben. Ich nehme lieber, Leute, ich zahle lieber eine Million Dollar. Und, oh, oh, man, jetzt sind die weg, Freunde. Mann. Hey, aber dafür haben wir jetzt wenigstens immer noch fünf Leben, Leute. So, ich würde mal sagen, da gehe ich jetzt gar nicht rein. Ich gehe jetzt mal hier rein, Leute. Ich würde mal gucken, was wir hier haben. Oh, es war falsch. Nein, Freunde. Oh, oh, mein Gott. Und jetzt haben wir auch nur noch vier Leben, Leute. Ihr seht, dass das eine dann nicht mehr da ist, ne? Oh, mein Gott. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall aufpassen, Leute. Wir dürfen auf jeden Fall nicht alle Leben verlieren. Sonst kommen wir nicht zu diesem geheimen Preis, den wir am Ende bekommen. Ich will gar nicht wissen, was da alles ist. Okay, können wir jetzt hier durchgehen, Leute? Ja, grün war richtig. Oh, mein Gott. Zum Glück, Freunde. Okay, dann lassen wir mal ganz kurz hier weitergehen. Okay, dann lassen wir mal ganz kurz hier weitergehen, Freunde. und gucken, was wir als nächstes haben. Oh Gott, auch nicht hier runterfallen, Leute. Hier ist anscheinend noch richtig, richtig eng und so, ne? Ey, was wir da hinten noch alles haben? Ist das da Sonic und Sonic? Okay, Leute. Das wird anscheinend, glaube ich, da hinten noch interessant, ne? Jetzt haben wir hier einfach... Nein, Scary Larry. Okay, also anscheinend muss ich links oder rechts gehen. Kann ich hier nicht einfach mal ganz kurz da hinschubsen? Ja, und... Oh, er ist nach links gefallen, Leute. Denkt ihr, links ist richtig? Okay, ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal hier in die rechte Box, Freunde. Oh, nein. Das, ähm... Pennywise, kannst du auch für mich mit der RPG anzuvisieren, Leute? Oh, nein. Bitte, ich tue alles, was du... Oh, mein Gott, Freunde. Und hier ist auch Scary Larry drin gelandet. Und Sonic, Leute. Wir haben nur noch drei Leben, wie man... Oh, nein. Wie man sehen kann, Freunde. Ey, uns hat einfach echt Pennywise geholt, ne? Äh, ja, Sonic, es ist nicht das, wonach es aussieht. Äh, ist das hier der richtige Weg? Ja, das ist der richtige Weg. Viel Spaß, Mann. Und beeil dich, sonst hole ich mir den Preis am Ende. Okay, okay, okay. Ich gebe da schon mein Bestes. Ich bin auch schon so schnell, wie ich kann. Okay, Leute, anscheinend ist hier der richtige Weg. Naja, hier ist die Tür, Freunde. Okay, jetzt haben wir hier vorne... Was? Baby Longlegs? Was machst du denn hier? Hä? Was? Ich darf einfach die Banane benutzen? Okay, Leute. Baby Longlegs ist auf jeden Fall echt sehr, sehr nett zu uns, ne? Also sie hat gesagt, irgendwie sollen wir einen Trick anwenden. Oder halt irgendwie wird die Banane uns helfen, zu sehen, welcher Weg der richtige ist, ne? Ich glaube, er meint damit, wir sollen so ein bisschen vorher so durchgucken, Leute, ob man... Okay, hier... Oh mein Gott, wenn mir jetzt da reingefallen hätte, hätten wir noch zwei Leben gehabt, ne? Das heißt, Baby Longlegs hat uns halt echt den Hintergrund gerettet. Okay, hier ist es auf jeden Fall auch verkehrt, Leute. Ich gucke mal ganz kurz hier, kurz weiter. Ist hier drin doch irgendwas? Hier ist auch nichts. Hier... Oh, Leute. Ist das hier direkt der Weg? Sag bitte, das ist direkt der Weg, Leute. Das wäre auf jeden Fall echt mega cool, ne? Oh Gott, ich werde die Banane auf jeden Fall überhalten von Baby Longlegs, Freunde. Au! Oh Gott. Was? Ist das Siren Sonic? Okay, also es gibt anscheinend hier echt mehrere Wege, Freunde. Ob man jetzt hier oben langlaufen möchte, ich kann mal ganz kurz gucken. Ich gehe jetzt mal hier ganz kurz lang, Freunde, so. Wir gehen jetzt hier hoch und... Ob das richtig... Oh, warte mal. Oh, wir haben ja drei verschiedene Wege, Leute. Und hier rechts ist Sonic.exe oder so, ne? Ist das Sonic.exe? Ja? Hallo? Kannst du reden? Sonic.exe? Oh, ich glaube, er guckt uns einfach nur böse an, ne? Okay. Ist das denn schon das Ziel? Oh mein Gott, Leute. Da hinten ist so Feuerwerk. Okay, warte mal. Ich glaube... Oh Gott. Gehe ich jetzt hier links oder rechts lang, Leute? Ich glaube, ich gehe jetzt hier links ran. Komm schon, bitte. Lasst den richtigen Weg sein. Leute, bitte. Ja. Ja. Oh mein Gott, das war der richtige Weg. Oh mein Gott. Okay, wir behalten also nur noch drei Leben. Aber wir haben auf jeden Fall noch ganz, ganz viel vor uns. Also, das ist auch nicht mehr so viel, muss ich sagen. Äh, dass wir... Oh Gott. Jetzt hier bloß nicht runterfallen. Wenn wir jetzt hier runterfallen würden, das wäre echt belastend. Äh, Leute. Hallo? Hallo? Ich muss hier rüber. Ja, jetzt. Okay, ich bin vorbeigekommen, Leute. So, jetzt hier ganz vorsichtig. Ganz. Okay. Haha. Äh, Sonic? Was? Beide Türen sollen falsch sein, Leute? Und als ob ich durch die Mitte jetzt gehe. Das kannst du vergessen, Sonic. Okay, bitte. Oder Sonic heißt der, ne? Okay, jetzt gehen wir mal ganz los hier links rum, Freunde. Oh, schnell. Schnell sprinten, sonst falle ich... Ich glaube, es ist richtig, oder? Ich glaube, es ist locker richtig, Leute. Äh, nein. Nein, ich mache direkt einen Körper zu den Haien. Bitte nicht. Oh, mein Gott, Freunde. Nein, wir haben nur noch zwei Läden. Oh, mein Gott, Leute. Jetzt müssen wir uns echt zusammenreißen. Das glaubt ihr. Er hat dir Wahrheit gesagt, dass wir durch die Mitte gehen müssen. Okay, weißt du was? Ich teste es an dir aus, okay? Mal gucken, ob man durch die Mitte gehen kann. Oh, warte, noch einmal. Oh, warte, ich mache es da ein bisschen besser, glaube ich. So, Sonic. Mach dir auf was gefasst. Äh. Ähm. Oh. Okay, er ist nicht durch die Mitte geflogen, Freunde. Ich probiere es einfach mal rechts aus. Wenn ich jetzt runterfalle, habe ich zwar noch ein Leben, aber ich hoffe, das ist jetzt diesmal der richtige Weg, Freunde. So, komm, wir sprinten diesmal wieder. Bitte kein Körper, bitte kein Körper, bitte kein... Oh. Okay, das war schon mal richtig, Freunde. Das ist schon mal sehr gut. Okay, ich brauche die Bananenpistole, Leute. Die war bis jetzt immer echt sehr, sehr gut, ne? So, jetzt hier. Oh. Damit wir auf jeden Fall immer so stoppen können. Oh, mein Gott. Das war gar richtig knapp. Okay, jetzt hier auf das nächste. So. Dann hier vorne auf das nächste. Leute. Und hier auch wieder rauf. Sehr gut, Leute. Äh. Ähm. Links oder rechts? Oh. Oh, mein Gott, Leute. Ich geh links. Ich geh links. Ich riskiere es, okay? Ich riskiere es, Leute, dass wir links... Oh. Oh, mein Gott. Rechts wäre falsch gewesen. Okay. Wir haben immer noch zwei Leben, Freunde. Alter Schwede, ne? Holy moly, Freunde. Okay. Ich muss hier auf jeden Fall jetzt hier ganz kurz langlaufen. Hier über die ganzen... Okay, ja. Wir können hier runtergehen. Und... Aua. Aua. Okay, ich hab meinen Hintern verletzt. Und jetzt ist hier Poppy und Amy. Ähm. Warte mal. Mit wem reden wir am besten? Ich glaub, ich rede mal mit Poppy. Ich weiß nicht, ob wir Poppy vertrauen sollen, Leute. Mal gucken, was Amy sagt. Okay, Leute. Was glaubt ihr? Soll ich Amy vertrauen? Ich mein, sie sagt, sie wird uns niemals anlügen, ne? Aber das sieht alles irgendwie... Ich mein, da geht's in die Mitte. Da geht's in die Mitte. Ich geh jetzt einfach durch die Mitte, Leute. Ich hoffe, wir können Amy immer vertrauen. Also, wenn wir Amy sehen und die jetzt uns anlügt, Leute, dann bin ich ganz sauer. Und wir sind... Oh. Was? Als ob es war der richtige Weg. Leute, die anderen Wege hätten die alle... Oh, mein Gott. Das wäre ins Nichts gegangen. Das wäre ins Nichts gegangen. Okay. Wir vertrauen auf jeden Fall nie wieder Poppy. Und vertrauen jetzt nur noch Amy, Freunde. So, jetzt renne ich hier ganz schnell nach drüben, Leute. ganz schnell nach drüben. Daddy? Daddy Long Legs? Was machst du denn hier? Ha, 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 ha. Oh, mein Gott. Was, Freunde? Okay. Also, einer von den drei ist halt nur mit Kollisionen, ne? Und ich gucke gerade, ob ich irgendwas erkennen kann, Freunde. Die sehen in dem Fall alle gleich aus. Ich würde sagen... Ich glaube, ich gehe jetzt hier... Ich nehme jetzt den rechten, Freunde. Okay? Ich nehme jetzt den rechten Panzer. Und ich hoffe, der hat Kollision. Was? Der hat Kollision, Leute. Oh mein Gott, als ob. Yo, okay, das ist sehr gut. Als ob, warte mal, ist der andere? Oh ja, guck mal, wir können durchgehen, Leute. Oh, nein. Aua, Mann, ich wollte es auch nur demonstrieren, Freunde. Jetzt habe ich nur noch ein Leben. Und ich muss jetzt hier einfach den richtigen Weg wählen, oder? Muss ich das, Mami Long Legs? Ach, weißt du was? Ich gehe jetzt einfach den hier, Augen zu und durch. Oh mein Gott, als ob der echt. Leute, als ob die anderen jetzt keine. Ähm, die haben auch Kollisionen, Leute. Die wollten uns, glaube ich, nur ein bisschen pranken. Okay, warte mal, dann gehe ich mal ganz aus dir durch. Bitte sag, das ist die richtige Tür, okay? Vorsichtig. Wo bin ich? Muss ich hier hochklettern? Oh mein Gott, Leute. Yo, die anderen beiden werden, da wäre ich runtergefallen, Leute. Okay, warte jetzt, ganz schnell hier rüber springen. Vorsichtig, Freunde. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wuppa. Okay, Leute, sind wir schon auf den nächsten drüber. Hier auf jeden Fall auch rüberspringen. Rüberspringen. Oh, Leute. Okay. Wir haben es jetzt fast geschafft, ne? Wir haben jetzt, oh nein. Wir haben nur noch ein Leben, wie ihr sehen könnt. Und, äh, rechts ist Feuerwerk und links ist nichts, ne? Ich brauche jetzt eure Hilfe, Freunde. Weil, ne, wenn ihr glaubt, ich soll links gehen, dann drückt ihr jetzt auf den Like-Button. Und wenn ihr jetzt glaubt, ich soll rechts gehen, dann drückt ihr jetzt auf den Abo-Button, Freunde. Könnt ihr auch nochmal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wo ich lang gehen soll. Ich glaube aber, dass dieses Feuerwerk einfach ein Prank ist. Deswegen, ich geh jetzt drüber, Freunde. So vorsichtig, weil ich glaube, das ist einfach nur so optisch oder so, ne? So, jetzt ganz vorsichtig und langsam, Leute, rüber, geh. Was? Hä? Es sind alle wieder da? Und das war Fake, Leute. Oh mein Gott. Und jetzt haben wir hier Gold und ganz viel Gold, Leute. Diamanten, Diamantbäume, Weihnachtsbäume. Yo, hier sind alle da. Knuckles, Leute. Sonic, Super Sonic, Leute. Oh mein Gott. Hagiwagi, Scary Larry, Leute. Oh mein Gott. Die sind alle am Start, ne? Leute, wir haben es geschafft. Bro, Leute, es geht los. Hey, guck mal nach links, guck mal nach links, bitte. Einmal nach links gucken. Oh, was? Leute, wir fahren jetzt zu der absoluten 99 Prozent. Wir telematieren uns sogar. Oha. Yo. Ich bin der Erste, Jungs. Haben die überhaupt eine Chance gegen mich? Nicht mehr lange, Bruder. Kann man mit dem nicht boosten? Oh mein Gott. Nein. Das ist nicht die Portale zu dieser Krankenkranke. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine Bowlingstrecke. Was ist denn das? Wie soll man das überleben? Wie soll man da runterkommen? Ist halt echt so, ne? Und dann noch mit euch Dullis nebenbei auch noch. Ey, das wäre mir niemals schafft. Guck mal hier, was hier abgeht. Ja, ja, jetzt komm schon. Nein, da sind Loopings alles mit drin. Tzeger. Und auch Löcher. Wo man durchfahren kann. Oh mein Gott. Okay. Das soll mit einer der schwersten Rampen sein. Hier haben so viele Leute aufgegeben, aber ich werde nicht aufgeben. Ist halt echt so. Und das letzte Fahrzeug soll richtig, richtig krass sein irgendwie. Deswegen bin ich gespannt. Das letzte Fahrzeug soll ein unveröffentlichtes Fahrzeug sein, Leute. Ich bin echt gespannt, Google. Irgendwie so ein gemoddetes, ja. Ja, irgendwie so ein gemoddetes. Aber das ist irgendwie so eine Hacker-Map oder so. Ich habe keine Ahnung, das wird zu krank. Ey, Bro. Hä, warum ist Luka schon mal vorne? Ich war falsch. Ich habe nach hinten geguckt. Ich wollte gucken, was ihr macht. Weg mit mir. So. Ihr habt euch eh abgebremst. Ey, warum ist dein Auto getunt, Junge? Ich weiß da auch nicht, warum. Hä? Was ist jetzt passiert? Was geht ab? Bro. Das war ja verweckt. Ey, ich will so step down gehen. Nein, nein. Das war doch weg. So, was ist das denn? Was? Ich komme richtig gut durch, Jungs. Junge, ich komme richtig gut durch. Oh, Jungs. Ich habe jetzt... Ich fahre übergegen. Bro, da sind einfach so Hubbel auf dem Boden, die man gar nicht sieht. Bro, ich habe hier irgendwie jetzt bekommen, irgendwie ein bisschen Holz entgegen bei euch. Digga, da sind einfach so unsichtbare Wände auf dem Boden. Ey, ich kann... Ich fahre Looping. Ich kann gar nichts machen. Ich bin noch nicht mal hier ansatzweise. Ich sage euch ehrlich, man muss wirklich clever fahren. Man muss hier richtig... Das Ding ist, man kann hier gar nicht clever fahren, weil es einem auf dem Boden, die so Hubbel gibt. Ich wollte gerade sagen, ich fahre überall gegen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, ich fahre runter, Bro. Ja, okay, das ist richtig. Was? Ist das fast unten? Digga, ja, ihr werdet auch nicht runterfallen. Ohne Spaß. Bro sagt, man kann nicht clever fahren, aber man kann clever fahren. Guck euch das an, wie ich hier runterfahre. Ich bin unten. Wie jetzt? Er ist da. Nein! Was? Ich weiß, warum du runtergefallen bist. Ja, ja. Es ist das Secret. Hä? Was ist denn da? Das sage ich dir nicht, das wirst du selbst anerholt. Sag mal bitte. Das sind halt so Secret-Dinge halt irgendwie, ne? Überall irgendwas anderes. Oh Gott. Okay, Leute. Ja, weil ihr seid nicht so schlautig. Digga, wenn du halt einmal... Guck mal, jetzt ist mein Auto nicht mehr getunt. Eben war es doch getunt. Oh nein. Hä? Das ist doch voll einfach, die Map. Ich bin unten. Bro, ich hänge ja... Ich darf wieder respawn, Digga, weil ich festhänge. Wie? Du bist unten. Digga, er hat einfach Glück gehabt oder sowas. Hä? Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Hä? Was? Bist du nicht geflogen? Bist du nicht geflogen? Nein, hä? Was kriegst du als nächstes Fahrzeug? Was ist das nächste Fahrzeug? Was ist voll effektiv? Erstmal gibt's ein Flugzeug, Bro, und erst mal kann ich euch auch wegkicken, wenn ich will. Ich hab voll die Pricks herausgefunden. Oh mein Gott. Ich versteck mich. Du siehst mich doch hier nicht. Wo seid ihr denn? Ich fahr jetzt auch vorsichtig runter. Ich hab jetzt auch den Plan. Keine Sorge, Digga. Oh mein Gott, nein. Guck mal, da ist mein Hallo, oder? Nein. Ja, ich fahr mit Kontrolle runter. Viel besser jetzt. Hä, wo seid ihr denn? Ich seh euch gar nicht. Viel besser. Oh, ich bin gecrashed. Okay, Wegram ist schon mal... Hä, du bist gecrashed schon wieder? Ja. Warte, ich hab aber Kontrolle gleich. Oh mein Gott. Nächstes Fahrzeug ist eine absolute Müllkarre. Oh mein Gott, ich hab Kontrolle, Jungs. Noch schlechter als das Auto von eben, ne? Als auch. Oh mein Gott, das ist aber eine Rampe. Ich werd die so nehmen. Ja, noch schlechter. Super. Oh, ich misse auch die Rampe. Oh, was? Yo. Nein. Nein. Oh mein Gott. Nein. Ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell. Ich falle am letzten Ding runter durch diese Lücken. Brox, das ist deine eigene Schuld. Guck mal. Ich war grad sag, ich fahr mit Kontrolle. Leute, hände sich voll einfach. Bro, das gibt's doch nicht. Das will gar nicht passieren. Ja. Ich will jetzt nicht pushen oder so, aber ich bin jetzt das zweite Mal schon durch fast. Ja, guck mal, das Ding ist, ich bin dann einfach doof gefahren, ne? Wie so ein Dulli am Ende. Guck mal hier, Leute, ein bisschen hier bremsen. Wichtig. Ihr müsst doch mal bremsen und nicht mal Vollgas. Oh mein Gott, ich geb Vollgas. Die Bremsen tun nur die Loser, hab ich gehört. Ja, auch, Gottesdienst. Mach nur die Loser. Ja, Bremsen macht man nicht. Komischerweise, dass man auf dem ersten... Ja, es gibt ja noch mehr Autos, ne? Immer mit der Ruhe. Du bist auf dem ersten, wo denn? Oh Gott. Nein, wie er da durch die Röhre fährt? Jetzt, Jungs, jetzt hab ich's auch geschafft. Jetzt hab ich's auch geschafft. Oh mein Gott. Digga, ich dachte grad schon. Hey! Oh mein Gott. Alter, da geht die Wand auf einmal hoch hinten. Nein, 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 nein. Oh, haut ab, Digga. Mirkan! Ich hol dich. Wie, du bist du hinter mir? Ey, aber das ist ja am Ende. Ach, das sind so Schranken, die mal hoch und runter gehen. Ja, ja, bist du jetzt grad dafür, ne? Ey, ich bin vor dir. Oh, ja, ich war da grad bei den Schranken. Nein! Bro, ich hab's locker geschafft. Ey, ich hab so ein Urtimer als Wagen. Bro, ich seh's gerade. Ja, ich bin da schon durch mit... Ah, Brox, du fliegst da auch gerade. Ja, ich werde dich jetzt einholen, Digga. Kein Problem, pass auf. Hä, wie willst du mich einholen? Ich bin hinter dir. Ja, ich mach jetzt gleich richtig Fullspeed. Ich hab jetzt zwei Autos fast vorsprungen. Ey, hä, du bist doch ein Auto nur vor uns. Nein, ich bin zwei Autos schon vor uns. Ne, vor dir bin ich ein Auto, vor Brox ist auch ein Auto. Ey, oah, was sind die... Ey, was war das denn? Ich werde nämlich den Trick 17 machen, Digga. Pass mal auf jetzt, hier. Nein, 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 nein. Das bringt dir die nicht. Doch, 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 Digga. Uuuh. Ey, nein. Jetzt hab ich hier den von Mr. Bean das Auto schon. Ja, jetzt hast du nämlich recht zu einem Gümmel-Auto, Digga. Und jetzt fahr ich nämlich... Nein, man wird abgebremst. Hä, du fährst rechts lang? Ist das doch besser? Äh, sag ich nicht. Ich wollte, ich hab jetzt noch so ein anderes Auto jetzt gerade. Aber das wird einfach zerdrückt, Digga. Ich fahr so zerdrückt wie so ein Marschnellock. Oh mein Gott, ich bin so irgendwas Rad gefahren. Komm schon. Wie schlecht du bist, Mr. Bean. Komm schon. Oh mein Gott, das ist Brox vor uns. Die könnten wir wegkrammen. Hau ab jetzt. Nein. Die hole ich mir. Nein. Bleib mal stehen, Brox. Nein. Bleib mal stehen, Brox. Boom, Jürgen. Wir kommen nicht mehr raus. Was? Oh mein Gott, Bro, was? Go, Brox. Das war jetzt so... Digga, du hast mich da reingequetscht. Das ist doch... Ohne Spaß, Digga. Hey, bei mir passieren ganz, ganz komische Sachen. Unglaublich, Alter. Guck mal, ich fahr hier ganz locker durch wieder. Ich bin so schlecht. Ich werde das Comeback noch machen, Jungs. Glaubt mal. Das Comeback wird kommen. Hey, Philipp, wieder durch. Hörst du rein? Nein, 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 nein. Nein. Ja. Nein. Ja, du musst ihn runterschubsen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ey, Bro, ich bin grad am Ende. Digga, ich bin grad zu schnell. Durch, durch, durch. Nein. Ich bin grad zu schnell. Ey, diese Schranken triggern so. Oh, nein. Ey, Digga, ich fall schon wieder rutsch. Digga, was? Wo kommt jetzt die Rampe her? Nein. Ey, jetzt sind überall Rampen. Bro, ich fall jetzt gleich schon wieder durch so eine Ritze. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro, ich hab mich so heftig gefangen. Oh mein Gott. Oh, ich bin der Beste, ich bin der Beste. Flieg. Ich hab einfach auch Mr. Beans Auto. Nein. Ja, ich bin jetzt weiter. Ich bin normaler. Ey. Ja, sieh zu und lehre. Hey, du, er flieg. Oho. Er flieg. Was? Bro, was? Bro, was? Ich kann jetzt gleich außen. Oh mein Gott, ich kann jetzt außen einfach runterfahren. Hey. Was? Ich will außen auf der Rampe drauf. Nein. Ja, ey, das ist doch cheat. Das hat sich erlaubt. Jungs. Ja, das darf man nicht. Bro. Das darf man nicht, Bro. Ich cheat. Digga, guck mal. Ich fahr einfach außen. Ich bin einfach drauf gelaufen. Ich hab einfach ein unsichtbares Auto. Digga, ich hab grad den krassesten Move gemacht der Welt. Junge und ich bin jetzt direkt beim nächsten Auto. Ha, ich hab alles. Nein. Hast du jetzt auch diesen Mini oder was? Ja, das ist unsichtbar bei mir. Ich hab jetzt den. Bro, ich bin jetzt erstmal wieder im Flugzeug. Digga, ich hab grad so einen 100 IQ Move gemacht, ne? Äh, 300 IQ. Ja, geschummelt nennst du das, nimmt man das auch. Nein, nein, nein. Bro, das ist immer Real Talk schon. Ja, das ist doch nicht erlaubt. Nein. Alles legit, Bro. Oh, Mann, Alter. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, Bro. Ist irritiert mich. Mein Auto ist unsichtbar. Dein Auto ist unsichtbar? Ja, dieser Smart. Ja, sag ich noch Hacker Map, Alter. Hä? Das ist echt ne richtig Hacker Map. Aber kein Problem, Jungs, Digga. Ich, äh... War ich hier auch das Wasser vor mir, Philipp? Ey, ja, ja, wer war das? Du, 31, Digga. Du, 31, Digga. Oh, sein Bruch. Jo, ich hab den Smart. Digga, ich mach ganz viele Backflips. Wie, machst du jetzt, wie fährst du jetzt wieder oben lang, oder was? Ne, ne, ich flieg hier gerade. Ich bin mega hoch in der Luft gerade. Bro, der hat ja gar keinen Kofferraum. Ey. Du bist denn... Nein, ich häng jetzt fest. Ah, du bist ja da drunter, du Idiot. Ah, ich häng jetzt hier fest. Ey, du bist ein richtiger Dino. Ich komm auch nicht mehr raus jetzt, ne? Ja, musst du neu starten, da war ich auch schon gewesen. Komm mal nicht raus. Man kommt echt nicht raus, Digga. Ey. Doch, man kommt raus. Ich bin wieder oben. Ey, jetzt hab ich gerade respawned. Ey, ohne, ohne diesen Trick mit Fliegen. Ja, ich bin nur respawned gerade. Ah, ich hab... Oh, was hast du denn da, MDK? Digga, ich mach mal respawned. Ich bin besser als du, glaub ich. Hey, du bist auf meiner Ebene. Hä? Ich hab dich überholed. Ey, das kann euch allen gehen, dass ich genau da reinfahre. Ey, hast du auch den Smart Flip, ne? Ne, ey. Eins weiter schon. Ey. Hau rein, MDK. Ey, okay, ich bin... Kein Problem, Jungs, Digga. Ich kann natürlich auch einen weiterkommen, ne? Kein Problem. Ne, kannst du nicht. Doch, 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 Digga, das mach ich jetzt. Okay, danke schön. Also, ich flieg einfach runter. Bro, MDK, wir müssen hier ein Flugzeug holen, sag ich dir ehrlich. Oh mein Gott, echt? Wenn er oben langfährt. Wenn ich überhaupt runterkomme. Ah, was machst du denn da, MDK? Oh mein Gott, das war ganz so knapp. Nein. Ich wollte dich doch reinklicken, aber brauche ich gar nicht. Uhuhu. Okay, wir bauen jetzt das nächste Fahrzeug jetzt hier. So, zack, schön rüberfliegen, Jungs. Alles entspannt, ne? Wo bist du, ne? Bro, ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Ich, ich, äh, ich... Nein, nein, nein. Nein. So, wen kann ich jetzt hier schnappen, Digga? Wen kann ich jetzt hier schnappen? Oh mein Gott, ich bin's. Ey, ich mach hier die Tricks, ne? Das gibt es gar nicht. Nein, das ist in der Röhre. Ey! Was? Ich hab die nicht gesehen. Das Ding ist, dieses Auto, das hier gerade haben, MK, das fährt sich so schlecht, ne? Ja, 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 mach das. Das ist wirklich gut. Ey, das fährt auch in der Röhre, ey. Oh mein Gott, ich hab... Ich bin durch. Oh, bist du da nicht durch, Stani? Nee, bin ich nicht. Ich bin durch. Was? Ich bin durchgekommen und ich hab nur Backlifts gemacht. Jungs, pass auf, ich mach jetzt wieder Trick 17. Passt mal auf jetzt. MK, glaub ich, sollte heute Lotto spielen gehen. Ja, ja, ja. Ey, jetzt flieg ich da vorbei. Bro, das Ding ist, es ist aber so eine Chance von 1 zu 1 Million, dass man da auf der Seite drauf landet, ne? Wolltest du wieder schummeln? Nein, Digga. Ey, guck mal, ich sag dir ehrlich, ich mach hier... Ich weiß gar nicht, was ich mach. Du kannst das Auto einfach nicht lenken, das ist das Problem. Oh mein Gott. Verdammt, das war echt blöd von mir. Das hätt ich besser machen können. Oh, jetzt hab ich's aber. So, Stani, was meinst du eben gerade? Du wolltest mich runterschmeißen, richtig? Ja, komm noch, komm noch. Ja, wo bist du denn? Da bist du, Digga, ich zieh dich da. Jungs, ich fliege. Hä? Okay, gut. Wo bist du denn? Richtig abgebremd. Ich bin schon unten, Junge. Gar nicht gesehen. Jungs, ich hol euch ein, keine Sorge, Digga. Keine Sorge, das wird das Comeback des Landes. Ja, aber du fliegst auch jedes Mal. Ich hab das schlimmste Auto geschafft. Verdammt, ich hab die Rampen aus dem genommen. Nein, das nächste Auto ist noch schlimmer. Das nächste Auto ist... Oh nein. Ey, Bro, ich fall wieder runter, Digga. So, Jungs. Ich hab jetzt hier diesen Polo oder was auch immer war. Ja, der Clio. Der Clio, ich flieg so hoch, Digga. Du siehst mich gar nicht. Guck mal, ey, der schummelt nur. Der schummelt nur. Du hast so ein Glück gehabt. Bro, ich hab echt grad so viel Glück gehabt, ne? Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott, der bremst ab. Bremst doch ab. Ey, Leute, ich mach jetzt auch diesen Leon-Trick. Digga, nein, er macht den einfach. Ich mach den dann auch, ich mach den dann auch. Dann spielen wir auch gar nicht mehr in die Rampe. Jungs, ich fähre jetzt auch wieder unten, Digga. Alles entspannt. Guck mal, ja, okay. Okay, ich flieg auch. Oh mein Gott. Oh, ich verschlag mich. Ey, Bro, dieser Trick ist ja übelst OP. Der ist heftig, oder? Aber jetzt, ey, Mönch, du musst Philipp holen. Das ist locker irgendwo in der Luft gerade. Nee, 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 beide cheated. Das ist alles unfair. Oh. Einfach Hacker, beide. Wo ist der? Leute, Bro, was hab... Guck mal hier. Siehst du mich rechts außen hier, außen? Wo denn? Hä, wo bist du, Bro? Hä? Da hängst du fest? Hä? 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 No! Hey, Bro, ich kann nichts sagen. Ich weiß aber, was war das denn? Was war das denn? Wie kann man denn da reinballern? Das war jetzt wirklich mit dem Flugzeugcrash, Digga? Oh. Ja, ja, ich fahr jetzt wieder sicher runter. Ich fahr jetzt wieder sicher runter. Ich auch. Ich cheater auch nicht. Bro, weil ihr sagt, ihr könnt es halt doch einfach nicht, ne? Das ist das Problem bei euch. Nee, ich fahr jetzt sicher runter. Guck mal, wie er cheatet. Guck mal, guck mal, guck mal. Ey, ich bin vorbeigeflogen. Das kostet alles Zeit. Hä, warte, ey, ist euer Auto auch getunt, yo? Ja, manchmal schon, Digga. Wie, du hast getunt, ich hatte? Ich hab mal getuntes Auto. So, ich flieg jetzt auch wieder. Bro, was ist das? Ich hab auch getuntes. Alter, ich flieg so hoch. Auch so ein tiefer gelegten? Ja, ich flieg übertrieben hoch gerade. Nein, nein, nein. Oh, oh. Oh mein Gott, ich hab immer... Ach so, ihr fliegt so hoch, weil euer Auto getunt ist, ne? Nein, 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 nein. Leon cheatet immer. Digga, ich cheate nicht. Ich bin jetzt hier. Na klar. Nix, Digga, alles entspannt, Jungs. Ich bin runtergefahren. Also, wenn man dieses Loch da reingemacht hat, ne? Oh, oh, oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott. Bitte nicht. Was machst du jetzt? Hä, bist du drauf? Bist du durch? Bro, ich bin gerade an zwei Löchern. Was hast du gemacht? Ich bin gerade an zwei Löchern so richtig knapp vorbei und bin dann am Ende wieder bei den Schranken inzwischen gefallen, ne? So, jetzt müsst ihr nochmal runterfahren und ich kann jetzt runterfliegen. Hä? Bro, ich wurde gerade nicht gebremst. Warum nicht? Hä? Wo fährst du lang? Links oder rechts? Tja, ich fahr jetzt hier mittig. Sag mal, ich fahr jetzt mit dem Freund. Tee, nein! Baa, weg mit dir. Ey, du hast mich bekommen, Digga, du hast mich bekommen. Weg mit dir. Ey. Bitte, 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 bitte. Mein Auto hat Kontrolle verloren. Ey, sag ich ehrlich, ich werde jetzt hier richtig Anlauf nehmen. Oh, mein Auto wird zerquetscht in dieser Presse. Ja! Es ist so random wie ein Pinball. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Oh Gott. Ey, man muss wirklich mit dem Flugzeug perfekt reinziehen. Das ist am krassesten. So, Jungs, pass auf, ich hab jetzt das krasseste. Ich mach jetzt Mega-Jump, ich mach jetzt Mega-Jump, Jungs. Mach dir denn jetzt beide immer. So, okay. So, ich hab jetzt auch schon wieder das nächste Fahrzeug. Schade. Nein! Jungs, ich hab jetzt auch Herbie. Ich hab jetzt auch Herbie. Oh mein Gott. Wir sind alle echt... Wir sind alle echt auf, ja. Wir sind alle echt auf, ja. Aber ich bin jetzt mit Herbie durch. Ja, ich auch gleich. Oh nein, ich geh jetzt straight durchs Loch, Digga. Ey, Digga, das glaubst du mir nicht. Ich bin straight durchs Loch gefallen. So, let's go. Ich hab Herbie geschafft, Jungs. So unten berührt. Das glaub ich jetzt. Ich hab's geschafft. Ich hab Herbie geschafft. Ey! Ihr werdet so verlieren. Digga, auf gar keinen Fall. Oh mein Gott. Also, Bruder, das ist so... Ey, was macht ihr denn da? Kuschelt ihr grad, oder was? Nein, er fliegt einfach wieder. Ach, da fliegt ihr grad. Oh, der eine fliegt gleich ins Loch rein. Nix da. Alles entspannt. Ich fahr jetzt hier wieder mit Kunst runter. Ich auch. Dann werde ich dir erstmal Philipp auf dem Spand holen, wenn er leicht mit seinem Auto runterfährt. Nee, 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 nee. Bro, ich mach jetzt hier diesen Super-Trick. Ich mach jetzt wieder den Super-Trick hier. Ey, nein. Ey, Leute, jetzt auf der Seite fahren. Ey, das kannst du dir nicht vorstellen, Digga. Oh mein Gott, ich komm. Ja. Oh, ich hab jetzt... Jo, fliegst du. Bro, siehst du mich? Ja. Ey, ich flieg zu hoch. Nein, diese Löcher. Ich flieg zu hoch. Ey, ohne Spaß jetzt. Ich lande auf dem Looping. Ich hab's geschafft. Du bist durch. Mit dem nächsten. Mit dem nächsten bin ich gleich durch, ja. Ich bin fast runtergeflogen. Das ist nicht cool. Wo dieses Cheat war am krassesten, wenn du einfach runterfallen kannst an der Wand. Das war das Heftigste. Ja, aber da kannst du auch einfach mit Flugzeug geholt werden, glaub ich. Ja, ging eigentlich, ne? Ich mach jedes Mal denselben Fehler. Wieso raff ich das nicht? Verdammt! Man muss auch ein bisschen mit Gefühl runterfahren. Oh, Jungs. Jungs, jetzt ist grad richtig Krise. Jetzt ist grad richtig Krise. Timing, Leute. Ja, ich hab wieder das nächste Auto. Ich hab das nächste Auto, Leute. Oh mein Gott. Hier mit Vollgas durch. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, war das knapp. Oh, 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 oh. Nein, ich hab das letzte Auto. Nein, was? Ich hab das Hacker-Auto. Was? Oh nein. Ich hab das Hacker-Auto gleich. Letzter Checkpoint. Ich muss noch einmal runterfahren. Ich werd kein DNF bekommen, Digga. Ich schüsse. Ich werd kein DNF bekommen. Wie? Na klar, Bruder. Wer wird Zweiter? Das ist die Frage, ne? Ich werd kein DNF bekommen, Digga. Ich sag's dir. Leon, bist du nicht mehr mit der Ente? Doch. Ich auch. Aber du bist durch, glaub ich, ne? Ja. Nein, der Kling. Ja. So, Jungs. Jetzt ist es vorbei. Okay. Ich hab Flugzeug, Digga. Wo ist Philipp, wo ist Philipp? Wir müssen Philipp aufhalten, die ganze Zeit. LoL, ich hab die Ranged Rover von... Nein, nein. Was? Ich hab den Hacker-Ranged Rover von Max bekommen. Was? Als Ob, Digga. LoL. Nein, ich will immer noch erst. Okay, schnell, Digga. Wir müssen ihn holen, Digga. Wir müssen ihn mit mir holen. Hey. Hey, du bist für dich hinter mir, ne? Eigentlich? Hast du die Ente jetzt grads gemacht, oder was? Och, Mann. Ja, Mann. Du wolltest mich weghauen, obwohl ich Läpter bin. Ach, verdammt, Digga. Das wär Philipp gewesen. Nein, der ist oben. Oh. Oh mein Gott, der Ranged Rover fährt sich so gut, ne? Leute, jetzt guck mal hier den Stunt an. Hau rein. Pass auf jetzt hier. Guck mal, wie ich fliege. Guck mal, wie ich fliege, Jungs. Der fliegt dann mit dem Gelben, hä? Nein. Frag nicht. Alter. Weg mit dir, Jubi. Ey, unglaublich. Jetzt bin ich hier grad mit Mini Cooper. Mini Cooper geht gut ab. Pass auf jetzt hier. Ich mach letzter. Ja. Oh, oh. Okay, Jungs, das war's. Bist du durch? Ich muss durch das Ding so Tor fahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm schon jetzt hier. Bro, ich wieder vor das Ziel. Erster! Hey. Hey, endlich haben wir die zerstört der unmöglichen Aufgeberrampe, Leute. So geil, ne Hackerrampe. Das war's, Jungs. Hey. Das war's. So, wer wird jetzt der Letzte sein? So, okay. Was? Jetzt muss ich nur da oben das Fahrzeug holen und runter fliegen, Birkan, ne? Guck mal, guck mal. Yeah. Ich hole das Fahrzeug, Birkan. Pass mal auf, Digga. Nein, 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 nein. Guck, 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 guck. Ich zeig mir so wie es ist. Wir können auch warten auf mich. Oh, auf gar keinen Fall, Digga. Nein. Take it tonight. Nee. Ich drück jetzt den DNF rein, Digga. Ich drück jetzt den geschmeidigen. Oh, 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 oh. Oh nein. 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 Bro, ich fahr an der Rampe. Äh, an der Seite. Doch nicht. Ist es runtergefallen? Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ich sag dir, das wird jetzt das Ding. Oh nein. Ich seh dich nicht. Ich seh dich nicht. Ich will nicht wegfahren. Aber ich seh dich nicht. Ich seh dich. Inselloch mit dir. Nein. Was war das denn für ein Stunt, hä? Hast du den gesehen, Digga? Ich bin jetzt einfach außen rüber geflogen irgendwie. So, jetzt. Ich sag, du fällst trotzdem runter noch. Oh mein Gott. Ich bin beim Range Rover. Oh mein Gott. Nein, ich bin jetzt dein Mini Cooper. Ich bin gleich unten, Digga. Ich bin gleich unten. Ich hab's gleich geschafft. Komm schon jetzt hier. Ich hab auch gehört, dass es ein geheimes Level gibt. Wenn du unten links neben diesen... Ja, ja, ja. Genau, Digga. Wuhu. Da ist das Ziel. Nein. Rein in die Zielfahrt. Gib Gummi jetzt. Komm schon. Hup, hup, hup. Jawohl, Bro. Und ich bin einem Ziel angekommen, Digga. DNF. Es geht wieder raus. Jo. Aus dem Weg, Deno. Wow. Was bist du im Rock so? Alter. Oh. Lockeres Ding. Oh mein Gott. Ja, ganz locker, Flocki. Wenn ich hier gleich... Oh. Oh. Was wolltest du tun, Digga? Nix wollte ich gar nicht tun. Hau rein, Deno. Kurz vorgedrängen. Oh. Na. Was wolltest du gerade eben tun? Was wolltest du tun? Kann ich da sein? Oh Gott. Ach, Deno. Das würde mich ja belasten, wenn ich du wäre gerade... Ey, das ist auf jeden Fall... Ich muss schon sagen, ne? Nicht ganz ohne hier. Ja. Ich warte mal auf dich hier oben. Oder soll ich lieber nochmal zurückfahren? Ne, das mach ich lieber nicht. Ne, ne, ne. Nicht zurückfahren. Fang mal nicht, fang mal nicht so früh an mit Zukunft. Ne, ich weiß, ich weiß. Ich hab sowieso noch gar keinen Checkpoint hier bekommen. Echt nicht? Nein, der ist direkt vor mir. Du bist belastet. Ah, du hast meine Mine nicht mitgenommen. Oh mein Gott, Frontflip. Oh. Der Typ ist doch unsichtbar gewesen. Hast du gerade etwa Mine gesagt, oder was? Äh, ich meinte, da lag was, ein Stein. Da lag ein Stein. Oh Gott. Okay, also du weißt, wie es läuft. Heute wird wieder ordentlich reingetrollt, ne? Wir machen dir die Reifen. Haha, ja. Okay, dankeschön, dass ich ganz kurz Neues bauen kann hier, Deno, dass du meinen Reib zerschossen hast. Okay. Ja, kein Problem. Mach ich gerne. Ey. Aber ich helfe dir direkt mal. Und tschüssi. Wir ziehen durch. Ach, verdammt, jetzt hab ich die Mine geworfen. Das wollte ich gar nicht. Oh. Oh. Hä? Wo bist du? Oha, sieht auf jeden Fall cool aus da vorne, muss ich sagen. Ja, das sieht richtig cool aus, ne? Und, wie läuft so? Oh. Es läuft richtig gut. Ei. Alles entspannt. Ich helfe dir ein bisschen. Ja, ja. Mach vorne wieder. Alles entspannt hier. Kurze Respawn. Oh. Was für Respawn. Mach der nicht, ne? Okay. Ey. Das kannst du nicht machen jetzt. Die Sniper muss ich einfach rausholen. Aber jetzt hab ich auf jeden Fall meine Waffe am Start. Ich wollte. Und zwar die hier. Ha. Oh nein. Nicht der Atomisierer. Oh, Deno. Ne, das hab ich ja leider nicht im Auto. Ey, sag mal. Also jetzt reicht's ja auch mal mit dem Reifen zerschießen. Das war ich nicht. Sag's dir. Hier ist noch jemand. Och nee. Juppie. Juppie. Ja. Ah. Aha. Was ist das denn jetzt hier? Nix. Da war ne Kante. Ich hab noch Glück gehabt hier. So, ein paar Fußbälle spielen. Das merke ich mir. Ja. Oh, was? Oh, ich bin so tot. Ich bin so tot. Nein. Oh Gott. Das war nicht schlecht. Oh. Ich hab einen Platten. Ne, ne, ne. Das meint ihr nicht ernst. Ah. Nein. Jawoll. Schnell losfahren. Gib Gummi. Ich bin immer noch auf dem Platten, Alter. Ich sag's dir. Oh Gott. Oh Gott. Ja, da haben wir gut rumgelegt. 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 Also der fährt sich ganz gut. Der ist wirklich ganz entspannt. Die Frage ist halt nur, wann macht wieder einer von uns Pause, um den anderen zu trollen? Ja. Wenn du wüsstest, Denno. Wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Achso, lass den heißen. Hast du ja irgendwo ne Miene gelegt? Nein. Wie? Wenn du wüsstest, Denno. Haha. Netter Versuch. Aber die hab ich direkt an der Wand gesehen, ne? Aha, aha. Na da. Aha! Digga, du ziehst ja richtig durch. Hä? So geht das aber nicht, mein Wester. Wieso mein Auto so langsam? So geht das aber nicht. Hey! Nein! Nein! Wie komm ich überhaupt noch hier nach oben? Wie geht das? Mit drei Platten? Ich weiß auch nicht wie. Ja, irgendwie ist doch sein Auto wieder modifiziert. Achso, ich muss mich korrigieren. Ich hab äh, doch noch ne Miene gehabt. Oh verdammt, nein! Nein! Okay, okay. Dann wollen wir das einmal klären, mein Wester. Bis dann. Dankeschön für die Miene. Kein Problem. Dankeschön, dass du nicht weißt, wo's lang geht. Hau rein! Ah! Ach nö. Ja, ich frag mich grad, wie wir hier runter kommen sollen. Achso! Wir sind so Idioten! Ha! Oh mein Gott! Rückwärts! Hau rein! Oh! Oh! Jawoll! Wow! 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 Ah! Okay. Alles entspannt, Denno. Ich hab's geschafft. Alles easy. Wo bist du, hä? Ah! Ich schaff's auch. Ich schaff's auch. Ich schaff's auch. Hallo! Okay. Moin! Was machst du da? Ja! Danke für den Anschwung! Kein Problem! Kein Problem für den Anschwung! Hau rein, mein Junge! Mach's gut! Ah! Schnell weg hier! Uh! Yeah! Wo geht's hin? Hier! Ich seh gar nix! Alter! Alter! Wo sind wir? Hallo? Ah, ich seh dich! Hä, du bist oben gelandet? Ha! Nein! Achso, ich muss... Alter, es war geplant hier runter! Das war natürlich total geplant! Oh! Oh! Hi! Was geht ab? Moin! Dein Auto sieht schon wieder so, äh, ja... So heil aus! Ja, ich wollt grad sagen! Hä? Verdammt, ich hab den Kurs verloren! Wo sollen wir denn hier hin? Leute, Hacks Loading! Hä? Oh, da werd ich dir auf jeden Fall jetzt noch nie überraschen! Wo ist denn da? Wo soll denn da der Checkpoint sein? Hä? Achso, ich hab ihn auch! Ha! Huch! Ja! Also, ah ja! Gut, dass ich da wie so ein Idiot die ganze rumfahre! Oh! Oh nein! Oh! Oh! Alter! Nein, nicht schon wieder! rition Hau rein! Was?! Hau rein, dann Ocho! Du bist jetzt gerade nach oben gefahren. Diese schwarzen Balken, kann das sein? Nein. Meine Karre. Nein, bitte nicht. Oh Gott, der Mann ist so cool. Ah ja. Was macht der da oben schon wieder, ne? So. Da. Nein. Oh Gott. Oh Mann, oh. Mach nicht diesen, bitte. Mach nicht diesen. Ich gucke hier doch nur einfach hoch. Ich bin doch schon da. Oh, Denno. Oh, was habe ich denn da? Der Atomisierer. Oh. Oh. Alter. Wow. Wow. Aha. Wow. Moderates Tempo. Moderates Tempo. Hau rein. Wir müssen nach oben. Ha. Oh, man schafft es nicht. Ja, wir haben was Neues spawnen. Es war so klar. Es war so klar. Ey, die habe ich genau gesehen. Und warum ist das jetzt mein Auto? Nein, das ist gar nicht. Oh nein, sein Auto steht da, ne? Okay, wir haben es beide geschafft. Sehr, sehr gut. Und lockeres Ding. Okay. Checkpoint easy. Und Reifensanieren. Oh, Mallo. Ich kenne dich doch. Ah, ich muss mir jetzt auf jeden Fall wie die Aktion eben ordentlich rächen. Und du willst jetzt wahrscheinlich mein Auto wieder kaputt schießen? Ja. Nee, nee. So geht das nicht? Doch, genau so geht das. Ich bin schon wieder da, wenn du gucken kannst. Guck, hau rein. Hau rein, Denno. Oh, oh. Ah. Ja, hau rein, Mallo. Checkpoint noch bekommen. Aha. Oh nein. Ja, hau rein, Denno. Ich bin schon wieder so eine Stange. Ja, easy. Okay, die Stange wird eh gelaufen. Oh, das war so knapp. Oh mein Gott. Komm her. Komm, Junge. Ja, fahr doch mal. Ja, fahr doch. Mach ich doch. Mach ich doch. Was ist los, he? Okay. Alter, hast du das gesehen, was ich gemacht habe? Der Parcours ist ganz schön lang, Alter. Das muss ich dir ohnehin sagen. Sag mal. Du bleibst jetzt mal hinten ganz locker. Nein. Oh mein Gott. Ah, noch einen Platten bekommen. Ich glaub's da nicht, ey. Oh mein Gott, ich auch. Und deswegen auf der linken Seite komplett. Ich lege jetzt mal ein paar Bullingkugeln in den Weg. Beziehungsweise ich mach dir ja den Weg frei, sehe ich gerade. Das ist natürlich nett von dir. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Wir müssen jetzt erst mal gucken. Oh mein Gott. Und nach oben. Nein. Nein. Ich bin auf dem Trampolin gelandet. Und dann wieder runter. Ich doch auch. Aus dem Weg. So, Broxio. Also, noch mal ein bisschen durchziehen. Ja, ja. Ich bin direkt hinter dir. Alles entspannt. So, kurz mal. Denno nehmen, um dich zu drehen. Perfekt. Dankeschön. Ah, nein. So heiß, Digga. Gut gedreht, muss ich auf jeden Fall sagen. Aber ich bin schon wieder vor dir. Läuft. Wow. Aha. Oh Gott. Nein. Und ich hab's geschafft. Wie kann ich da wegfallen? Ey, wie schnell respawnst du denn? Und tschüssi. Tschüssi. Ich hab gesagt, Digga. Ich hab jetzt gesagt, tschüss. Ah. Nein. Ich hab den Checkpoint nicht bekommen. Jawohl. Jawohl. Jetzt können wir uns doch mal den Vorsprung ein bisschen gönnen. Oder was denkst du? Wir gönnen dir mal den Vorsprung. Muss man denn hier hin? Da. Oh. Lasern. Oh. Wow. Lasern. Wow. Oh. Oh. Wie viel hältst du deine Karre aus? Alter. So. Okay. Jetzt bin ich dran mit Lasern. Oh. Verdammt. Gar nicht. Ja. Ich bin doch schon da. Aha. Nein. Ich hab da hinten geguckt. Nein. Ey. Shoot. Oh. Nö. Nicht wieder so eine Stange. Nicht wieder so eine Stange. Das ist doch leicht. Das ist doch. Ja. Nice, Digga. Oh mein Gott. Alter. Man kann sich auf den Stangen voll gut retten noch, wenn man da vorbeifährt. Die sind voll leicht. Okay. Wie. Und das war. Ii. Und das war der Vorsprung für Broxo. Nee. 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 So. Jetzt musst du erst mal gucken. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Ah. Aha. Wie er vergegenfliegt. Ah. So. Was geht da oben ab? Dein Tod geht da ab. Nein. Was? So. Du kleiner. Wir sehen uns. Oh. Ah. Ich bin auch ausgestiegen. Ja. Das ist natürlich ganz gut jetzt. Nein. Oh. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Lass mich in Ruhe. Ah. Ja. Ah. Und der hat sich selber weggeschossen. Nein. Ich glaub's ja nicht. Was ist das denn? Das ist das. Ich glaub's ja nicht. Mann ey. Jawoll Freunde. Du bist zweiter? Oh nein. Er hat mich zu. Ich bin zu oft gebastelt. Okay. Aber das ist zu viel. Ja. Ich bin ernst. Darum ging's doch die ganze Zeit. Ja. Das war's von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt's gefallen. Lasst gerne ein Like und Abo da, wenn ihr von mir her sein möchtet. Checkt auf jeden Fall eins und mein Wissi aus. Und haute rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.